herzlich willkommen auf meinem kanal ich möchte dir heute das buch brennendes geheimnis von stefan zweig vorstellen erstes kapitel der partner die lokomotive schrie heiser auf der semmering war erreicht eine minute rasteten die schwarzen wagen im silberigen licht der höhe warfen paar bunte menschen aus schluckten andere ein stimme gingen geärgert hin und her dann schrie vorne wieder die heisere maschine und riss die schwarze kette rasselnd in die höhle des tunnels hinab rein ausgespannt mit klaren vom nassen wind der reingefegten hintergründen lag wieder die hingebreitete landschaft einer der angekommenen jung durch gute kleidung und eine natürliche elastizität des schrittes sympathisch auffallend nahm den anderen rasch voraus ein fiaker zum hotel ohne hast trappten die pferde den ansteigenden weg es lag frühling in der luft jene weißen unruhigen wolken flatterten am himmel die nur der mai und der juni hat jene weißen selbst noch jungen und flatterigen gesellen die spielend über die blaue bahn rennen um sich plötzlich hinter hohen bergen zu verstecken die sich umarmen und fliehen sich bald wie taschentücher zerknüllen bald in streifen zerfasern und schließlich im schabernack den bergen weiße mützen aufsetzen unruhe war auch oben im wind der die mageren noch vom regen feuchten bäume so unbändig schüttelte dass sie leise in den gelenken krachten und tausend tropfen wie funken von sich weg sprühten manchmal schien auch duft von schnee kühl aus den bergen herüber zu kommen dann spürte man im atem etwas das süß und scharf war zugleich alles in luft und erde war bewegung und gärende ungeduld leise schnaubend liefen die pferde den jetzt niedersteigenden weg die schellen klirrten ihnen weit voraus im hotel war der erste weg des jungen mannes zu der liste der anwesenden gäste die er bald enttäuscht durchflog wozu bin ich eigentlich hier begann es unruhig in ihm zu fragen allein hier auf dem berg zu sein ohne gesellschaft ist ärger als das büro offenbar bin ich zu früh gekommen oder zu spät ich habe nie glück mit meinem urlaub keinen einzigen bekannten namen finde ich unter all den leuten wenn wenigstens ein paar frauen da wären irgendein kleiner im notfall sogar argloser flirt um diese woche nicht gar zu trostlos zu verbringen der junge mann ein baron von nicht sehr klangvollem österreichischen beamtenadel in der stadthalterei angestellt hatte sich diesen kleinen urlaub ohne jegliches bedürfnis genommen eigentlich nur weil sich alle seine kollegen eine frühjahrswoche durchgesetzt hatten und er die seine dem dienst nicht schenken wollte er war obwohl innerer befähigung nicht entbehrend eine durchaus gesellschaftliche natur als solche beliebt in allen kreisen gern gesehen und sich seiner unfähigkeit zur einsamkeit voll bewusst in ihm war keine neigung sich selber allein gegenüber zu stehen und er vermied möglichst diese begegnungen weil er intimere bekanntschaft mit sich selbst gar nicht wollte er wusste dass er die reibfläche von menschen brauchte um seine talente die wärme und den übermut seines herzens aufflammen zu lassen und er allein frostig und sich selber nutzlos war wie ein zündholz in der schachtel verstimmt ging er in der leeren hall auf und ab bald unschlüssig in den zeitungen blätternd bald wieder im musikzimmer am klavier einen walzer antastend bei dem ihm aber der rhythmus nicht recht in die finger sprang schließlich setzte er sich vertrossen hin sah hinaus wie das dunkel langsam niederfiel der nebel als dampf grau aus den fichten brach eine stunde zerbröselte er so nutzlos und nervös dann flüchtete er in den speisesaal dort waren erst ein paar tische besetzt die er alle mit eiligem blick überflog vergeblich keine bekannten nur dort er gab lässig einen gruß zurück ein trainer dort wieder ein gesicht von der ringstraße her sonst nichts keine frau nichts was ein auch flüchtiges abenteuer versprach sein missmut wurde ungeduldiger er war einer jener jungen menschen deren hübschem gesicht viel geglückt ist und in denen nun beständig alles für eine neue begegnung ein neues erlebnis bereit ist die immer gespannt sind sich ins unbekannte eines abenteuers zu schnellen die nichts überrascht weil sie alles lauernd berechnet haben die nichts erotisches übersehen weil schon ihr erster blick jeder frau in das sinnliche greift prüfend und ohne unterschied ob es die gattin ihres freundes ist oder das stuben mädchen das die türe zu eröffnet wenn man solche menschen mit einer gewissen leichtfertigen verächtlichkeit frauenjäger nennt so geschieht es ohne zu wissen wie viel beobachtende wahrheit in dem worte versteinert ist denn tatsächlich alle leidenschaftlichen instinkte der jagd das aufspüren die erregtheit und die seelische grausamkeit flackern in dem rastlosen wachsein solcher menschen sie sind beständig auf dem anstand immer bereit und entschlossen die spur eines abenteuers bis hart an den abgrund zu verfolgen sie sind immer geladen mit leidenschaft aber nicht der des liebenden sondern der des spielers der kalten berechnenden und gefährlichen es gibt unter ihnen beharrliche denen weit über die jugend hinaus das ganze leben durch diese erwartung zum ewigen abenteuer wird denen sich der einzelne tag in hundert kleine sinnliche erlebnisse auflöst ein blick im vorübergehen ein wegguschendes lächeln einem gegenüber sitzen gestreiftes knie und das jahr wieder in hundert solcher tage für die das sinnliche erlebnis ewig fließende näherende und anfeuernde quelle des lebens ist hier waren keine partner zu einem spiele das übersah der suchende sofort und keine gereiztheit ist ärgerlicher als die des spielers der mit den karten in der hand im bewusstsein seiner überlegenheit vor dem grünen tisch sitzt und vergeblich den partner erwartet der baron rief nach einer zeitung mürrisch ließ er die blicke über die zeilen rinnen aber seine gedanken waren lahm und stolperten wie betrunken den worten nach da hörte er hinter sich ein kleid rauschen und eine stimme leicht ärgerlich und mit affektierten akzent sagen mit etwa donk edgar an seinem tisch knisterte im vorüberschreiten ein seidenes kleid hoch und üppig schattete eine gestalt vorbei und hinter ihr in einem schwarzen samtanzug ein kleiner blasser bub der ihn neugierig mit dem blick anstreifte die beiden setzen sich gegenüber an den reservierten tisch das kind sichtbar um eine korrektheit bemüht die der schwarzen unruhe in seinen augen zu widersprechen schien die dame und nur auf sie hatte der junge baron acht war sehr so aniert und mit sichtbarer eleganz gekleidet ein typus überdies den er sehr liebte einer jener leicht üppigen jüdinnen im alter knapp vor der überreife offenbar auch leidenschaftlich aber erfahren ihr temperament hinter einer vornehmen melancholie zu verbergen er vermochte zunächst noch nicht in ihre augen zu sehen und bewunderte nur die schön geschwungene linie der augenbrauen rein über einer zarten nase gerundet die ihrer rasse zwar verriet aber durch edle form das profil scharf und interessant machte die haare waren wie alles weibliche an diesem vollen körper von einer auffallenden üppigkeit und ihre schönheit schien im sicheren selbstgefühl vieler bewunderung satt und pralerisch geworden zu sein sie bestellte mit sehr leiser stimme wies den buben der mit der gabel spielend klirrte zurecht all dies mit anscheinender gleichgültigkeit gegen den vorsichtig anschleichenden blick des baron den sie nicht zu bemerken schien während es doch in wirklichkeit nur seine rege wachsamkeit war die ihr diese gebändigtes sorgfalt aufzwang das dunkel im gesicht des barons war mit einem male aufgehellt unterirdisch belebend liefen die nerven hin strafften die falten rissen die muskeln auf dass seine gestalt aufschnellte und lichter in den augen flackerten er war selber den frauen nicht unähnlich die erst die gegenwart eines mannes brauchen um aus sich ihre ganze gewalt herauszuholen erst ein sinnlicher reiz spannte seine energie zu voller kraft der jäger in ihm witterte hier eine beute herausfordernd suchte sein auge ihrem blick zu begegnen der ihn manchmal mit einer glitzernden unbestimmtheit des vorbeisehens kreuzte nie aber plank eine klare antwort bot auch um den mund glaubte er manchmal ein fließen wie von beginnendem lächern zu spüren aber all dies war unsicher und eben diese unsicherheit erregte ihn das einzige was ihm versprechend schien war dieses stete vorbeischauen weil es widerstand war und befangenheit zugleich und dann die merkwürdig sorgfältige auf einen zuschauer sichtlich eingestellte art der konversation mit dem kinde eben das aufdringlich vorgehaltene dieser ruhe bedeutete das fühlte er heimlich ein erstes beunruhigt sein auch er war erregt das spiel hatte begonnen er verzögerte sein diner hielt diese frau eine halbe stunde fast unablässig mit dem blick fest bis er jeder linie ihres gesichtes nachgezeichnet an jede stelle ihres üppigen körpers unsichtbar gerührt hatte draußen fiel drückend das dunkel nieder die wälder seufzten in kindischer furcht als jetzt die großen regenwolken graue hände nach ihnen reckten immer finsterer drängten die schatten ins zimmer hinein immer mehr schienen die menschen hier zusammengepresst durch das schweigen das gespräch der mutter mit ihrem kinde wurde das merkte er unter der drohung dieser stille immer gezwungener immer künstlicher bald fühlte er würde es zu ende sein da beschloss er eine probe er stand als erster auf ging langsam mit einem langen blick auf die landschaft an ihr vorbeisehend zur türe dort zuckte er rasch als hätte er etwas vergessen mit dem kopf herum und ertappte sie wie sie ihm lebhaften blickes nach sah das reizte ihn erwartete in der hole sie kam bald nach den buben an der hand blätterte im vorübergehen unter den zeitschriften zeigte dem kind ein paar bilder aber als der baron wie zufällig an den tisch trat anscheinend um auch eine zeitschrift zu suchen in wahrheit um tiefer in das feuchte glitzern ihrer augen zu dringen vielleicht sogar ein gespräch zu beginnen wandte sie sich weg klopfte ihrem sohn leicht auf die schulter wie er edgar oli und rauschte kühl an ihm vorbei ein wenig enttäuscht sei der baron nach er hatte eigentlich auf ein bekannt werden noch an diesem abend gerechnet und diese schroffe art enttäuschte ihn aber schließlich in diesem widerstand war reiz und gerade das unsichere entzündet seine begier immerhin er hatte seinen partner und ein spiel konnte beginnen zweites kapitel rasche freundschaft als der baron am nächsten morgen in die hall trat sei er dort das kind der schönen unbekannten in eifrigem gespräch mit den beiden lift boys denen es bilder in einem buch von karl mey zeigte seine mama war nicht zugegen offenbar noch mit der toilette beschäftigt jetzt erst besah sich der baron den buben es war ein scheuer unentwickelter nervöser junge von etwa zwölf jahren mit fahrigen bewegungen und dunkel herumjagenden augen er machte wie kinder in diesen jahren so oft den eindruck von verschrecktheit gleichsam als ob er eben aus dem schlaf gerissen und plötzlich in fremde umgebung gestellt sei sein gesicht war nicht unhübsch aber noch ganz unentschieden der kampf des männlichen mit dem kindlichen schien eben erst einsetzen zu wollen noch mal alles darin nur wie geknetet und noch nicht geformt nichts in reinen linien ausgesprochen nur blass und unruhig gemengt überdies bei gerade in jenem unvorteilhaften alter wo kinder nie in ihre kleider passen ärmel und hosen schlaff um die mageren gelenke schlotterten und noch keine innere eitelkeit sie mahnt auf ihr äußeres zu wachen der knabe machte hier unschlüssig herumirrend einen ziemlich kläglichen eindruck eigentlich stand er allen im wege bald schob ihn der portier beiseite den er mit allerhand fragen zu belästigen schien bald störte er am eingang offenbar fehlte es ihm an freundschaftlichem umgang so suchte er in seinem kindlichen schwarz bedürfnis sich an die bediensteten des hotels heranzumachen die ihm wenn sie gerade zeit hatten antworten das gespräch aber sofort unterbrachen wenn ein erwachsener in sicht kam oder etwas vernünftiges getan werden musste der baron sah lächelnd und mit interesse dem unglücklichen buben zu der auf alles mit neugier schaute und dem alles unfreundlich entwich einmal fasste er einen dieser neugierigen blicke fest an aber die schwarzen augen krochen sofort ängstlich in sich hinein sobald er sie auf der suche ertappte und duckten sich hinter gesenkten lidern was amüsierte den baron der bub begann ihn zu interessieren und er fragte sich ob ihm dieses kind das offenbar nur aus furcht so scheu war nicht als raschester vermittler einer annäherung dienen könnte immerhin er wollte es versuchen unauffällig folgte er dem buben der eben wieder zur tür hinaus pendelte und in seinem kindischen zärtlichkeits bedürfnis die rosa nüstern eines schimmels liebkoste bis ihn er hatte wirklich kein glück auch hier der kutscher ziemlich barsch wegwies gekränkt und gelangweilt stand er jetzt wieder herum mit seinem leeren und ein wenig traurigen blick da sprach ihn der baron an na junger mann wie gefällt es dir da setzte er plötzlich ein bemüht die ansprache möglichst jovial zu halten das kind wurde feuerrot und starrte ängstlich auf er zog die hand irgendwie in furcht an sich und wand sich hin und her vor verlegenheit das geschah ihm zum ersten mal dass ein fremder herr mit ihm ein gespräch begann ich danke gut konnte er gerade noch herausstammeln das letzte wort war schon mehr gewirkt als gesprochen das wundert mich sagte der baron lachend es ist doch eigentlich ein fader ort besonders für einen jungen mann wie du einer bist was treibst du denn den ganzen tag der bub war noch immer zu sehr verwirrt um rasch zu antworten weiß wirklich möglich dass dieser fremde elegante herr mit ihm um den sich sonst keiner kümmerte ein gespräch suchte der gedanke machte ihn scheu und stolz zugleich mühsam raffte er sich zusammen ich lese und dann beginnt wir spazieren manchmal fahren wir auch im wagen die mama und ich soll mich hier erholen ich war krank ich muss darum auch viel in der sonne sitzen hat der arzt gesagt die letzten worte sagte er schon ziemlich sicher kinder sind immer stolz auf eine krankheit weil sie wissen dass gefahr sie ihren angehörigen doppelt wichtig macht ja die sonne ist schon gut für junge herren wie du einer bist sie wird dich schon braun brennen aber du solltest doch nicht den ganzen tag da sitzen ein bursch wie du sollte herumlaufen übermütig sein und auch ein bisschen unfug anstellen mir scheint du bist zu brav du siehst doch so aus wie ein stubenhocker mit einem großen dicken buch unterm arm wenn ich denke was ich in deinem alter für ein galgenstrick war jeden abend bin ich mit zerrissenen hosen nach hause gekommen nur nicht zu brav sein unwillkürlich musste das kind lächeln und das nahm ihm die angst es hätte gern etwas erwidert aber all dies schien ihm zu frech zu selbstbewusst vor diesem lieben fremden herrn der so freundlich mit ihm sprach vorlaut war er nie gewesen und immer leicht verlegen und so kam er jetzt vor glück und scham in die ärgste verwirrung er hätte so gern das gespräch fortgesetzt aber es fiel ihm nichts ein glücklicherweise kam gerade der große gelbe bernhardiner des hotels vorbei schnüffelte sie beide an und ließ sich willig liebkosen hast du hunde gern fragte der baron oh sehr meine großmama hat einen in ihrer villa in baden und wenn wir dort wohnen ist er immer den ganzen tag mit mir das ist aber nur im sommer wenn wir dort zu besuch sind wir haben zu hause auf unserem gut ich glaube zwei dutzend wenn du hier brav bist kriegst du einen von mir geschenkt einen braun mit weißen ohren ein ganz jung willst du das kind errötete vor vergnügen oh ja es vor ihm so heraus heiß und gierig aber gleich hinterher stolperte ängstlich und wie erschrocken das bedenken aber mama wird es nicht erlauben sie sagt sie duldet keinen hund zu hause sie machen zu viel schererei der baron lächelte endlich wie das gespräch bei der mama ist die mama so streng das kind überlegte blickte eine sekunde zu ihm auf gleichsam fragend ob man diesem fremden herrn schon vertrauen dürfe die antwort blieb vorsichtig nein streng ist die mama nicht jetzt weil ich krank war erlaubt sie mir alles vielleicht erlaubt sie mir sogar einen hund soll ich sie darum bitten ja bitte tun sie das jubelt der bub dann wird es die mama sicher erlauben und wie sieht er aus weiße ohren hat er nicht wahr kann er apportieren ja er kann alles der baron musste lächeln über die heißen funken die er so rasch aus den augen des kindes geschlagen hatte mit einem male war die anfängliche befangenheit gebrochen und die von der angst zurückgehaltene leidenschaftlichkeit sprudelte über in blitzschneller verwandlung war das scheue verängstigte kind von früher ein ausgelassener bub wenn nur die mutter auch so wäre dachte unwillkürlich der baron so heiß hinter ihrer angst aber schon sprang der bub mit 20 fragen an ihm hinauf wie heißt der hund karo karo jubelte das kind es musste irgendwie lachen und jubeln über jedes wort ganz trunken von dem unerwarteten geschehen dass sich jemand seiner in freundlichkeit angenommen hatte der baron staunte selbst über seinen raschen erfolg und beschloss das heiße eisen zu schmieden er lud den knaben ein mit ihm ein wenig spazieren zu gehen und der arme bub seit wochen ausgehungert nach einem geselligen beisammensein war von diesem vorschlag entzückt unbedacht lautete er alles aus was ihm sein neuer freund mit kleinen wie zufälligen fragen entlocken wollte bald wusste der baron alles über die familie vor allem dass edgar der einzige sohn eines wiener advokaten sei offenbar aus der vermögenden jüdischen bourgeoisie und durch geschickte umfragen erkundete er rasch dass die mutter sich über den aufenthalt am semmering durchaus nicht entzückt geäußert und den mangel an sympathischer gesellschaft beklagt habe ja er glaubte sogar aus der ausweichenden art mit der edgar die frage beantwortete ob die mama den papa sehr gern habe entnehmen zu können dass hier nicht alles zum besten stünde beinahe schämte er sich wie leicht es ihm wurde dem arglosen boben all diese kleinen familiengeheimnisse zu entlocken denn edgar ganz stolz dass irgendetwas von dem was er zu erzählen hatte einen erwachsenen interessieren könnte drängte sein vertrauen dem neuen freunde geradezu auf sein kindisches herz klopfte vor stolz der baron hat im spazierengehen ihm seinen arm um die schulter gelegt in solcher intimität öffentlich mit einem erwachsenen gesehen zu werden und allmählich vergaß er seine eigene kindheit schnatterte frei und ungezwungen wie zu einem gleichaltrigen edgar war wie sein gespräch zeigte sehr klug etwas frühreif wie die meisten kränklichen kinder die viel mit erwachsenen beisammen waren und von einer merkwürdig überreizten leidenschaft der zuneigung oder feindlichkeit zu nichts schien er ein ruhiges verhältnis zu haben von jedem menschen oder ding sprach er entweder in verzückung oder mit einem hasse der so heftig war dass er sein gesicht unangenehm verzerrte und es fast bösartig und hässlich machte etwas wildes und sprunghaftes vielleicht noch bedingt durch die kürzlich überstandene krankheit gab seinem reden fanatisches feuer und es schien dass ein linkisch sein nur mühsam unterdrückte angst vor der eigenen leidenschaft war der baron gewann mit leichtigkeit sein vertrauen eine halbe stunde bloß und er hatte dieses heiße und unruhig zuckende herz in der hand es ist ja so unsäglich leicht kinder zu betrügen diese arglosen um deren liebe so selten geworben wird er brauchte sich selbst nur in die vergangenheit zu vergessen und so natürlich so ungezwungen wurde ihm das kindliche gespräch dass auch der bub ihn ganz als seinesgleichen empfand und nach wenigen minuten jedes distanzgefühl verlor er war nur selig von glück hier in diesem einsamen ort plötzlich einen freund gefunden zu haben und welch einen freund vergessen waren sie alle in wien die kleinen jungen mit ihren dünnen stimmen ihrem unerfahrenen geschwätz wie weggeschwemmt waren ihre bilder von dieser einen neuen stunde seine ganze schwärmerische leidenschaft gehörte jetzt diesen neuen seinem großen freunde und sein herz dehnte sich vor stolz als dieser ihn jetzt zum abschied nochmals einlud morgen vormittags wieder zu kommen und der neue freund ihm nun zuwinkte von der ferne ganz wie ein bruder diese minute war vielleicht die schönste seines lebens es ist so leicht kinder zu betrügen der baron lächelte dem davon stürmten nach der vermittler man nun gewonnen der bub würde jetzt das wusste er seine mutter mit erzählungen bis zur erschöpfung quälen jedes einzelne wort wiederholen und dabei erinnerte er sich mit vergnügen wie geschickt er einige komplimente an ihre adresse eingeflochten wie er immer nur von edgars schöner mama gesprochen hatte es war ausgemachte sache für ihn dass der mitteilsame knabe nicht früher ruhen würde er seine mama und ihn zusammengeführt hätte er selbst brauchte nun keinen finger zu rühren um die distanz zwischen sich und der schönen unbekannten zu verringern konnte nun ruhig träumen und die landschaft überschauen denn er wusste ein paar heiße kinder hände bauten ihm die brücke zu ihrem herzen drittes kapitel terz der plan war wie sich eine stunde später erwies vortrefflich und bis in die letzten einzelheiten gelungen als der junge baron mit absicht etwas verspätet den speisesaal betrat zuckte edgar vom sessel auf grüßte eifrig mit einem beglückten lächeln und winkte ihm zu gleichzeitig zupfte er seine mutter am ärmel sprach hastig und erregt auf sie ein mit auffälligen gesten gegen den baron hindeutend sie verwies ihn geniert und errötend sein allzu reges benehmen konnte es aber doch nicht vermeiden einmal hinüber zu sehen um dem buben seinen willen zu tun was der baron sofort zum anlass einer respektvollen verbeugung nahm die bekanntschaft war gemacht sie musste danken beugte aber von nun ab das gesicht tiefer über den teller und vermied sorgfältig während des ganzen diners noch einmal hinüber zu blicken anders edgar der unablässig hinguckte einmal sogar versuchte hinüber zu sprechen eine unstadthaftigkeit die ihm sofort von seiner mutter energisch verwiesen wurde nach tisch wurde ihm bedeutet dass er schlafen zu gehen habe und ein emsiges wispern begann zwischen ihm und seiner mama dessen endresultat war dass es seinen heißen bitten verstattet wurde zum anderen tisch hinüber zu gehen und sich bei seinem freund zu empfehlen der baron sagt ihm ein paar herzliche worte die wieder die augen des kindes zum flackern brachten lautete mit ihm ein paar minuten plötzlich aber mit einer geschickten wendung trete er sich aufstehend zum anderen tisch hinüber beglückwünschte die etwas verwirrte nachbarin zu ihrem klugen aufgeweckten sohn rühmte den vormittag den er sofort trefflich mit ihm verbracht hatte edgar stand dabei rot vor freude und stolz und erkundigte sich schließlich nach seiner gesundheit so ausführlich und mit so viel einzelfragen dass die mutter zur antwort gezwungen war und so gerieten sie unaufhaltsam in ein längeres gespräch dem der bub beglückt mit einer art ehrfurcht lauschte der baron stellte sich vor und glaubte zu bemerken dass sein klingender name auf die eitle einen gewissen eindruck machte jedenfalls was sie von außerordentlicher zuvorkommenheit gegen ihn wiewohl sie sich nichts vergab und sogar frühen abschied nahm des boben halber wie sie entschuldigend beifügte der protestierte heftig er sei nicht müde und gerne bereit die ganze nacht aufzubleiben aber schon hatte seine mutter dem baron die hand geboten der sie respektvoll küsste edgar schlief schlecht in dieser nacht es war eine wirnis in ihm von glückseligkeit und kindischer verzweiflung denn heute war etwas neues in seinem leben geschehen zum ersten male hatte er in die schicksale von erwachsenen eingegriffen er vergaß schon im halbtraum seine eigene kindheit und dünkte sich mit einem male groß bisweilen hatte er einsam erzogen und oft kränklich wenig freunde gehabt für all sein zärtlichkeitsbedürfnis war niemand da gewesen als die eltern die sich wenig um ihn kümmerten und die dienst boten und die gewalt einer liebe wird immer falsch bemessen wenn man sie nur nach ihrem anlass wertet und nicht nach der spannung die ihr vorausgeht jenem hohlen dunklen raum von enttäuschung und einsamkeit der vor allen großen ereignissen des herzens liegt ein überschweres ein unverbrauchtes gefühl hatte hier gewartet und stürzte nun mit ausgebreiteten armen dem ersten entgegen der es zu verdienen schien edgar lag im dunkeln beglückt und verwirrt er wollte lachen und musste weinen denn er liebte diesen menschen wie er nie einen freund nie vater und mutter und nicht einmal gott geliebt hatte die ganze unreife leidenschaft seiner früheren jahre umklammerte das bild dieses menschen dessen namen er vor zwei stunden noch nicht gekannt hatte aber er war doch klug genug und durch das unerwartete und eigenartige dieser neuen freundschaft nicht bedrängt zu sein was ihn so sehr verwirrte war das gefühl seiner unwertigkeit seiner nichtigkeit passe ich denn zu ihm ein kleiner bub zwölf jahre alt der noch die schule vor sich hat der abends vor allen anderen ins bett geschickt wird quälte er sich ab was kann ich ihm sein was kann ich ihm bieten gerade dieses qualvoll empfundene unvermögen irgendwie sein gefühl zeigen zu können machte ihn unglücklich sonst wenn er einen kameraden lieb gewonnen hatte was sein erstes die paar kleinen kostbarkeiten seines pultes briefmarken und steine den kindischen besitz der kindheit mit ihm zu teilen aber all diese dinge die im gestern noch von hoher bedeutung und seltenem reiz waren schienen ihm mit einem male entwertet läppisch und verächtlich denn wie konnte er derlei diesen neuen freunde bieten dem er nicht einmal wagen durfte dass du zu erwidern wo war ein weg eine möglichkeit seine gefühle zu verraten immer mehr und mehr empfand er die qual klein zu sein etwas halbes unreifes ein kind von zwölf jahren und noch nie hatte er so stürmisch das kind sein verflucht so herzlich sich gesehnt anders aufzuwachen so wie er sich träumte groß und stark ein mann ein erwachsener wie die anderen in diese unruhigen gedanken flochten sich rasch die ersten farbigen träume von dieser neuen welt des mann seins edgar schlief endlich mit einem lächeln ein aber doch die erinnerung der morgigen verabredung unterhüllte seinen schlaf erschreckte schon um sieben uhr mit der angst auf zu spät zu kommen hastig zog er sich an begrüßte die erstaunte mutter die ihn sonst nur mit mühe aus dem bette bringen konnte in ihrem zimmer und stürmte er sie weitere fragen stellen konnte hinab bis neun uhr trieb er sich ungeduldig umher vergaß dass er frühstücken sollte einzig besorgt den freund für den spaziergang nicht lange warten zu lassen um halb zehn kam endlich der baron sorglos angeschlendert er hatte natürlich längst die verabredung vergessen jetzt aber da der knabe gierig auf ihn losschnellte musste er lächeln über so viel leidenschaft und zeigte sich bereit sein versprechen einzuhalten er nahm den buben wieder unterm arm ging mit dem strahlenden auf und nieder nur dass er sanft aber nachdrücklich abwehrte schon jetzt den gemeinsamen spaziergang zu beginnen erschien auf irgendetwas zu warten wenigstens deutete darauf sein nervös die türen abgreifender blick plötzlich strafte er sich empor edgars mama war hereingetreten und kam den gruß erwidert freundlich auf beide zu sie lächelte zustimmend als sie von dem beabsichtigten spaziergang vernahm den ihr edgar als etwas zu kostbares verschwiegen hatte ließ sich aber rasch von der einladung des barons zum mitgehen bestimmen edgar wurde sofort mürrisch und bis die lippen wie ärgerlich dass sie gerade jetzt vorbeikommen musste dieser spaziergang hatte doch ihm allein gehört und wenn er seinen freund auch der mama vorgestellt hatte so war das nur eine liebenswürdigkeit von ihm gewesen aber teilen wollte er ihn deshalb nicht schon regte sich in ihm etwas wie eifersucht als er die freundlichkeit des barons zu seiner mutter bemerkte sie gingen dann zu dritt spazieren und das gefährliche gefühl seiner wichtigkeit und seiner plötzlichen bedeutsamkeit wurde in dem kinde noch genährt durch das auffällige interesse das beide ihm widmeten edgar war fast ausschließlich gegenstand der konversation in dem sich die mutter mit etwas erheuchelter besorgnis über seine plässe und nervosität aussprach während der baron wieder dies lächelnd abwehrte und sich rühmend über die nette art seines freundes wie er ihn nannte er ging es war etwas schönste stunde er hatte rechte die ihm niemals im laufe seiner kindheit zugestanden worden waren er durfte mitreden ohne sofort zur ruhe verwiesen zu werden sogar allerhand vorlaute wünsche äußern die ihm bislang übel aufgenommen worden wären und es war nicht verwunderlich dass in ihm das trügerische gefühl üppig wuchernd wuchs dass er ein erwachsener sei schon lag die kindheit in seinen hellen träumen hinter ihm wie ein weggeworfenes entwachsenes kleid mittags saß der baron der einladung der immer freundlicheren mutter edgars folgend an ihrem tisch aus dem vis-a-vis war ein nebeneinander geworden aus der bekanntschaft eine freundschaft das terz war im gang und die drei stimmen der frau des mannes und des kindes klangen rein zusammen viertes kapitel angriff nun schien es dem ungeduldigen jäger an der zeit sein wild anzuschleichen das familiäre der dreiklang in dieser angelegenheit missfiel ihm es war ja ganz nett so zu dritt zu plaudern aber schließlich laudern war nicht seine absicht und er wusste dass das gesellschaftliche mit dem maskenspiel seiner begehrlichkeit das erotische zwischen mann und frau immer retardiert den worten die glut dem angriff sein feuer nimmt sie sollte über der konversation nie seine eigentliche absicht vergessen die er dessen war er sicher von ihr bereits verstanden wusste dass sein bemühen bei dieser frau nicht vergeblich sein würde hatte viel wahrscheinlichkeiten sie war in jenen entscheidenden jahren wo eine frau zu bereuen beginnt einem eigentlich nie geliebten gatten treu geblieben zu sein und wo der purpurne sonnenuntergang ihrer schönheit ihr noch eine letzte dringlichste wahl zwischen dem mütterlichen und dem weiblichen gewährt das leben das schon längst beantwortet schien wird in dieser minute noch einmal zur frage zum letzten male zittert die magnetische nadel des willens zwischen der hoffnung auf erotisches erleben und der endgültigen resignation eine frau hat dann die gefährliche entscheidung ihr eigenes schicksal oder das ihre kinder zu leben frau oder mutter zu sein und der baron scharfsichtig in diesen dingen glaubte bei ihr gerade dieses gefährliche schwanken zwischen lebensglut und aufopferung zu bemerken sie vergaß beständig im gespräch ihren gatten zu erwähnen der offenbar nur ihren äußeren bedürfnissen nicht aber ihren durch vornehme lebensführung gereizten snobismus zu befriedigen schien und wusste innerlich eigentlich herzlich wenig von ihrem kinde ein schatten von langeweile als melancholie in den dunklen augen verschleiert lag über ihrem leben und verdunkelte ihre sinnlichkeit der baron beschloss rasch vorzugehen aber gleichzeitig jeden anschein von eile zu vermeiden im gegenteil er wollte wie der angler den haken locken zurückziehen dieser neuen freundschaft seinerseits äußerliche gleichgültigkeit entgegensetzen wollte um sich werben lassen während er doch in wahrheit der werbende war er nahm sich vor einen gewissen hochmut zu utrieren den unterschied ihres sozialen standes scharf herauszukehren und der gedanke reizte ihn nur durch das betonen seines hochmutes durch ein äußeres durch einen klingenden aristokratischen namen und kalte manieren diesen üppigen vollen schönen körper gewinnen zu können das heiße spiel gann ihn schon zu erregen und darum zwang er sich zur vorsicht den nachmittag verblieb er in seinem zimmer mit dem angenehmen bewusstsein gesucht und vermisst zu werden aber diese abwesenheit wurde nicht so sehr von ihr bemerkt gegen die sie eigentlich gezielt war sondern gestaltete sich für den armen buben zur qual edgar fühlte sich den ganzen nachmittag unendlich hilflos und verloren mit der knaben eigenen hartnäckigen treue wartete er die ganzen langen stunden unablässig auf seinen freund es wäre ihm wie ein vergehen gegen die freundschaft erschienen wegzugehen oder irgendetwas allein zu tun unnütz rollte er sich in den gängen herum und je später es wurde umso mehr füllte sich sein herz mit unglück an in der unruhe seiner fantasie träumte er schon von einem unfall oder einer unbewusst zugefügten beleidigung und war schon nahe dran zu weinen vor ungeduld und angst als der baron dann abends zu tisch kam wurde er glänzend empfangen edgar sprang ohne auf den abmahnten ruf seiner mutter und das erstaunen der anderen leute zu achten ihm entgegen umfasste stürmisch seine brust mit den mageren ärmchen wo waren sie wo sind sie gewesen rief er hastig wir haben sie überall gesucht die mutter errötete bei dieser unwillkommenen einbeziehung und sagte ziemlich hart sie sprach nämlich immer französisch mit ihm obwohl ihr diese sprache gar nicht so sehr selbstverständlich war und sie bei umständlichen erläuterungen leicht auf sand geriet edgar gehorchte ließ aber nicht ab den baron auszufragen aber vergiss doch nicht dass der herr baron tun kann was er will vielleicht langweilt ihn unsere gesellschaft diesmal bezog sie sich selber ein und der baron fühlte mit freude wie dieser vorwurf um ein kompliment war der jäger in ihm wachte auf er war berauscht erregt so rasch hier die richtige fährte gefunden zu haben das wild ganz nahe vor dem schuss nun zu fühlen seine augen glänzten das blut flog ihm leicht durch die adern die rede sprudelte ihm er wusste selbst nicht wie von den lippen er war wie jeder stark erotisch veranlagte mensch doppelt so gut doppelt er selbst wenn er wusste dass er frauen gefiel so wie manche schauspieler erst feurig werden wenn sie die hörer die atmende masse vor ihnen ganz im bann spüren er war immer ein guter mit sinnlichen bildern begabter erzähler gewesen aber heute er trank ein paar gläser champagner dazwischen den er zu ehren der neuen freundschaft bestellt hatte übertraf er sich selbst er erzählte von indischen jagden denen er als gastfreund eines hohen aristokratischen englischen freundes beigewohnt hatte klug dies thema wählend weil es indifferent war und er andererseits spürte wie alles exotische und für sie unerreichbare diese frau erregte wen er aber damit bezauberte das war vor allem edgar dessen augen vor begeisterung flammten er vergaß zu essen zu trinken und starrte dem erzähler die worte von den lippen weg nie hatte er gehofft einen menschen wirklich zu sehen der diese ungeheuren dinge erlebt hatte von denen er in seinen büchern las die tiger jagten die braunen menschen die hindus und das jagannath das furchtbare rat das tausend menschen unter seinen speichen begrub bisher hat er nie daran gedacht dass es solche menschen wirklich gäbe so wenig wie er die länder der märchen glaubte und diese sekunde sprengte in ihm irgendein großes gefühl zum ersten male auf er konnte den blick von seinem freunde nicht wenden starrte mit gepresstem atem auf die hände da hart vor ihm die einen tiger getötet hatten kaum wagte er etwas zu fragen und dann klang seine stimme fiebrig erregt seine rasche fantasie zauberte ihm immer das bild zu den erzählungen herauf er sah den freund hoch auf einem elefanten mit purporner schabracke braune männer rechts und links mit kostbaren turbans und dann plötzlich den tiger der mit seinen gebleckten zähnen aus dem dschungel vorsprang und dem elefanten die branke in den rüssel schlug jetzt erzählte der baron noch interessanteres wie listig man elefanten fing indem man durch alte gezähmte tiere die jungen wilden und übermütigen in die verschläge locken ließ die augen des kindes sprühten feuer da sagte ihm war es viele blitzend ein messer vor ihm nieder die mama plötzlich mit einem blick auf die uhr neuför ollie edgar wurde plass vor schreck für alle kinder ist das zu bette geschickt werden ein furchtbares wort weil es für sie die offenkundigste demütigung vor den erwachsenen ist das eingeständnis das stigma der kindheit des klein seins der kindischen schlafbedürftigkeit aber wie furchtbar war solche schmach in diesem interessantesten augenblick da sie in solche unerhörte dinge versäumen ließ nur das eine noch mama das von den elefanten nur das lass mich hören er wollte zu betteln beginnen besann sich aber rasch auf seine neue würde als erwachsener einen einzigen versuch wagte er bloß aber seine mutter war heute merkwürdig streng nein es ist schon spät geh nur hinauf zwar sage edgar ich erzähle dir schon alle die geschichten des herrn barons genau wieder edgar zögerte sonst begleitete ihn seine mutter immer zu bette aber er wollte nicht betteln vor dem freunde sein kindischer stolz wollte diesem kläglichen abgang noch einen schein von freiwilligkeit retten aber wirklich mama du erzählst mir alles alles das von den elefanten und alles andere ja mein kind und sofort noch heute ja ja aber jetzt die nur schlafen geh edgar bewunderte sich selbst dass es ihm gelang dem baron und seiner mama die hand zu reichen ohne zu erröten ob schon das schluchzen ihm schon ganz hoch in der kehle saß der baron beutelte ihm freundschaftlich den schopf das zwang noch ein lächeln über sein gespanntes gesicht aber dann musste er rasch zur türe eilen sonst hätten sie gesehen wie die dicken tränen über die wangen liefen fünftes kapitel die elefanten die mutter blieb noch eine zeit lang unten mit dem baron bei tisch aber sie sprachen nicht von elefanten und jagten mehr eine leise schwüle eine rasch auffliegende verlegenheit kam in ihr gespräch seit der bub sie verlassen hatte schließlich ging sie hinüber in die hall und setzten sich in eine ecke der baron war blendender als je sie selbst leicht befeuert durch die paar glas champagner und so nahm die konversation rasch einen gefährlichen charakter an der baron war eigentlich nicht hübsch zu nennen er war nur jung und blickte sehr männlich aus seinem dunkelbraun energischen bubengesicht mit den kurz geschorenen haar und entzückte sie durch die frischen fast ungezogenen bewegungen sie sah ihn gern jetzt von der nähe und fürchtete auch nicht mehr seinen blick doch allmählich schlich sich in seine reden eine kühnheit die sie leicht verwirrte etwas das wie greifen an ihrem körper war ein betasten und widerlassen irgendein unfassbar begehrliches dass ihr das blut in die wangen trieb aber dann lachte er wieder leicht ungezwungen knabenhaft und das gab all den kleinen begehrlichkeiten den losen schein kindlicher scherze manchmal war ihr als müsste sie ein wort schroff zurückweisen aber kokett von natur wurde sie durch diese kleinen lüsternheiten nur gereizt mehr abzuwarten und hingerissen von dem verwegenen spiel versuchte sie am ende sogar ihm nachzutun sie warf kleine flatternde versprechungen auf den blicken hinüber gab sich in worten und bewegungen schon hin duldete sogar sein heranrücken die nähe seiner stimme deren atem sie manchmal warm und zuckend an den schultern spürte wie alle spieler vergaßen sie die zeit und verloren sich so gänzlich in dem heißen gespräch dass sie erst aufschreckten als die hol sich um mitternacht abzudunkeln begann sie sprang sofort empor dem ersten erschrecken gehorchend und fühlte mit einem male wie verwegen weit sie sich vorgewagt hatte er war sonst das spiel mit dem feuer nicht fremd aber jetzt spürte ihr aufgereizter instinkt wie nahe dieses spiel schon dem ernste war mit schauern entdeckte sie dass sie sich nicht mehr ganz sicher fühlte dass irgendetwas in ihr zu gleiten begann und sich beängstigend dem wirbel zutrete im kopf wogte alles in einem wirbel von angst von weinen und heißen reden eine dumme sinnlose angst überfiel sie jene angst die sie schon einige mal in ihrem leben in solchen gefährlichen sekunden gekannt hatte aber nie so schwindelnd und gewalttätig gute nacht gute nacht auf morgen früh sagte sie hastig und wollte entlaufen entlaufen nicht ihm so sehr wie der gefahr dieser minute und einer neuen fremdartigen unsicherheit in sich selbst aber der baron hielt die dargebotene abschiedshand mit sanfter gewalt küsste sie und nicht nur in korrektheit ein einziges mal sondern vier oder fünf mal mit den lippen von den feinen fingerspitzen bis hinauf zum handgelenk zitternd wobei sie mit einem leichten frösteln seinen rauen schnurrbart über den handrücken kitzeln fühlte irgendein warmes und beklemmendes gefühl flog von dort mit dem blut durch den ganzen körper angst schoss heiß empor hämmerte drohend an den schläfen ihr kopf glühte die angst die sinnlose angst zuckte jetzt durch ihren ganzen körper und sie entzog ihm rasch die hand bleiben sie doch noch flüsterte der baron aber schon alte sie fort mit einer ungelenkigkeit der hast die ihre angst und verwirrung augenfällig machte in ihr war jetzt die erregtheit die der andere wollte sie fühlte wie alles in ihr verworren war die grausam brennende angst jagte sie der mann hinter ihr möchte ihr folgen und sie fassen gleichzeitig aber noch im entspringen spürte sie schon ein bedauern dass er es nicht tat in dieser stunde hätte das geschehen können was sie seit jahren unbewusst ersehnte das abenteuer dessen nahen hauch sie wollüstig liebte um ihm bisher immer im letzten augenblick zu entweichen das große und gefährliche nicht nur der flüchtige aufreizende flirt aber der baron war zu stolz einer günstigen sekunde nachzulaufen er war seines sieges zu gewiss um diese frau räuberisch in einer schwachen weintrunkenen minute zu nehmen im gegenteil den fairen spieler reizte nur der kampf und die hingabe bei vollem bewusstsein entrinnen konnte sie ihm nicht ihr zuckte das merkte er das heiße gift schon in den adern oben auf der treppe blieb sie stehen die hand an das keuchende herz gepresst sie musste ausruhen eine sekunde ihre nerven versagten ein seufzer brach aus der brust halb beruhigung einer gefahr entronnen zu sein halb bedauern aber das alles war verworren und wird im blut nur als leises schwindelig sein weiter mit halb geschlossenen augen wie eine betrunkene tappte sie weiter zu ihrer türe und atmete auf da sie jetzt die kühle klinke fasste jetzt empfand sie sich erst in sicherheit leise buch sie die türe ins zimmer und schlag schon zurück in der nächsten sekunde irgendetwas hat es sich gerührt in dem zimmer ganz rückwärts im dunkeln ihre erregten nerven zuckten grell schon wollte sie um hilfe schreien da kam es leise von drinnen mit ganz schlaftrunkener stimme bist du es mama um gottes willen was machst du da sie stürzte hin zum divan wo edgar zusammengeknüllt lag und sich eben vom schlafe aufraffte ihr erster gedanke war das kind müsse krank sein oder hilfebedürftig aber edgar sagte ganz verschlafen noch und mit leisem vorwurf ich habe so lange auf dich gewartet und dann bin ich eingeschlafen warum denn wegen der elefanten was für elefanten jetzt erst begriff sie sie hatte ja dem kinde versprochen alles zu erzielen heute noch von der jagd und den abenteuern und da hatte sich dieser bub auf ihr zimmer geschlichen dieser einfältige kindische bub und dem sicheren vertrauen gewartet bis sie kam und war darüber eingeschlafen die extravaganz empörte sie oder eigentlich sie fühlte zorn gegen sich selbst ein leises raunen von schuld und scham dass sie überschreien wollte geh sofort zu bett du ungezogener fratz schrie sie ihn an edgar staunte ihr entgegen warum war sie so zornig mit ihm er hatte doch nichts getan aber diese verwunderung gereizte die schon aufgeregte noch mehr geh sofort in dein zimmer schrie sie wütend weil sie fühlte dass sie ihm unrecht tat edgar ging ohne ein wort er war eigentlich furchtbar müde und spürte nur verworren durch den drückenden nebel von schlaf dass seine mutter ein versprechen nicht gehalten hatte und dass man in irgendeiner weise gegen ihn schlecht war aber er revoltierte nicht in ihm war alles stumpf durch die müdigkeit und dann er ärgerte sich sehr hier oben eingeschlafen zu sein statt wach zu warten ganz wie ein kleines kind sagte er empört zu sich selber er wieder in schlaf fiel denn seit gestern hasste er seine eigene kindheit sechstes kapitel geplänkel der baron hatte schlecht geschlafen es ist immer gefährlich nach einem abgebrochenen abenteuer zu bett zu gehen eine unruhige von schwülen träumen gefährdete nacht ließ es ihn bald bereuen die minute nicht mit hartem griff gepackt zu haben als er morgens noch von schlaf und missmut umwölkt hinunter kam sprang ihm der knabe aus seinem versteck entgegen schloss ihn begeistert in die arme und begann ihn mit tausend fragen zu quälen er war glücklich seinen großen freund wieder eine minute für sich zu haben und nicht mit der mama teilen zu müssen nur ihm sollte er erzählen nicht mehr mama bestürmte er ihn denn die hätte trotz ihres versprechens ihm nichts von all den wunderbaren dingen wieder gesagt er überschüttete den unangenehm aufgeschreckten der seine misslaune nur schlecht verbarg mit hundert kindischen belästigungen in diese fragen mängte er über die stürmische bezeugung seiner liebe glückselig wieder mit dem lang gesuchten und seit frühmorgens erwarteten allein zu sein der baron antwortete unwirsch dieses ewige auflauern des kindes die läppigkeit der fragen wie überhaupt die unbegehrte leidenschaft begann ihn zu langweilen er war müde nun tag aus tag ein mit einem zwölfjährigen buben herumzuziehen und mit ihm unsinn zu schwatzen ihm lag jetzt nur daran die mutter allein zu fassen was eben durch des kindes unerwünschte anwesenheit zum problem wurde ein erstes unbehagen vor dieser unvorsichtig geweckten zärtlichkeit bemächtigte sich seine denn vorläufig sei er keine möglichkeit den allzu anhänglichen freund loszuwerden immerhin es kam auf den versuch an bis 10 uhr der stunde die er mit der mutter zum spaziergang verabredet hatte ließ er das eifrige geräte des buben achtlos über sich hin plätschern warf manchmal einen brocken gesprächen um ihn nicht zu beleidigen durchblätterte aber gleichzeitig die zeitung endlich als der zeiger fast senkrecht stand war der edgar wie sich plötzlich erinnert für ihn ins andere hotel bloß einen augenblick hinüber zu gehen um dort nachzufragen ob der graf grundheim sein vetter schon angekommen sei das arglose kind glückselig endlich einmal seinem freund mit etwas dienlich sein zu können stolz auf seine würde als bote sprang sofort weg und stürmte so toll den weg hin dass die leute ihm verwundert nachstarten aber ihm war gelegen zu zeigen wie flink er war wenn man ihm botschaften vertraute der graf war so sagte man ihm dort noch nicht eingetroffen ja zur stunde gar nicht angemeldet diese nachricht brachte er in neuerlichem sturm schritt zurück aber in der halle war der baron nicht mehr zu finden so klopfte er an seine zimmertür vergeblich beunruhigt rannte er alle räume ab das musikzimmer und das kaffeehaus stürmte aufgeregt zu seiner mama um erkundigungen einzuziehen auch sie war fort der portier an denen er sich schließlich ganz verzweifelt wandte sagte ihm zu seiner verblüffung sie seien beide vor einigen minuten gemeinsam weggegangen edgar wartete geduldig seine arglosigkeit vermutete nichts böses sie konnten ja nur eine kurze weile weg bleiben dessen war er sicher denn der baron brauchte ja seinen bescheid aber die zeit streckte breit ihre stunden unruhe schließt sich an ihn heran überhaupt seit dem tage dass sich dieser fremde verführerische mensch in sein kleines argloses leben gemengt hatte war das kind den ganzen tag angespannt gehetzt und verwirrt in einen so feinen organismus wie den der kinder drückt jede leidenschaft wie in weiches wachs ihre spuren das nervöse zittern der augenlider trat wieder auf schon sah er blässe aus edgar wartete und wartete geduldig zuerst dann wild erregt und schließlich schon dem weinen nahe aber argwöhnisch war er noch immer nicht sein blindes vertrauen in diesen wundervollen freund vermutete ein missverständnis und eine geheime angst quälte ihn er möchte vielleicht den auftrag falsch verstanden haben wie seltsam aber war erst dies dass sie jetzt da sie endlich zurück kamen heiter plaudernd blieben und gar keine verwunderung bezeigten es schien als hätten sie ihn gar nicht sonderlich vermisst wir sind dir entgegen gegangen weil wir hofften dich am weg zu treffen eddie sagte der baron ohne sich nach dem auftrag zu erkundigen und als das kind ganz erschrocken sie könnten ihn vergebens gesucht haben zu beteuern begann er sei nur auf dem geraden wege der hochstraße gelaufen und wissen wollte welche richtung sie gewählt hätten da schnitt die mama kurz das gespräch ab schon gut schon gut kinder sollten nicht so viel reden edgar wurde rot vor ärger das war nun schon das zweite mal so ein niederträchtiger versuch ihn vor seinem freund herabzusetzen warum tat sie das warum versuchte sie immer ihn als kind darzustellen dass er doch er war davon überzeugt nicht mehr war offenbar war sie ihm neidisch auf seinen freund und plante ihn zu sich herüber zu ziehen ja und sicherlich war sie es auch die den maron mit absicht den falschen weg geführt hatte aber er ließ sich nicht von ihr misshandeln das sollte sie sehen er wollte ihr schon trotz bieten und edgar beschloss heute bei tisch kein wort mit ihr zu reden nur mit seinem freund allein doch das wurde ihm hart was er am wenigsten erwartet hatte trat ein man bemerkte seinen trotz nicht ja sogar in selber schienen sie nicht zu sehen ihn der doch gestern mittelpunkt ihres beisammenseins gewesen war sie sprachen beide über ihn hinweg scherzten zusammen und lachten als ob er unter den tisch gesunken wäre das blut stieg ihm zu den wangen in der kehle saß ein knollen der ihm den atem erwirkte mit schauern wurde er seiner entsetzlichen machtlosigkeit bewusst er sollte also hier ruhig sitzen und zusehen wie seine mutter ihm den freund wegnahm den einzigen menschen den er liebte und sollte sich nicht wehren können nicht anders als durch schweigen ihm war als müsste er aufstehen und plötzlich mit beiden fäusten auf den tisch los schlagen nur damit sie ihn bemerkten aber er hielt sich zusammen legte bloß gabel und messer nieder und rührte keinen bissen mehr an aber auch dies hartnäckige fasten merkten sie lange nicht erst beim letzten gang fiel es der mutter auf und sie fragte ob er sich nicht wohlfühlen widerlich dachte er sich immer denkt sie nur das eine ob ich nicht krank bin sonst ist ja alles einerlei er antwortete kurz er habe keine lust und damit gab sie sich zufrieden nichts gar nichts erzwang ihm beachtung der baron schienen vergessen zu haben wenigstens richtet er nicht ein einziges mal das wort an ihn heißer und heißer qual es ihm in die augen und er musste die kindische list anwenden rasch die serviette zu heben er es jemand sehen konnte dass tränen über seine wangen sprang und dem salzig die lippen nästen er atmete auf wie das essen zu ende war während des diners hatte seine mutter eine gemeinsame wagenfahrt nach maria schutz vorgeschlagen etka hatte es gehört die lippe zwischen den zähnen nicht eine minute wollte sie ihn also mehr mit seinem freunde alleine lassen aber sein hass stieg erst wild auf als ihm jetzt beim aufstehen sagte etka du wirst noch alles für die schule vergessen du solltest doch einmal zu hause bleiben ein bisschen nachlernen wieder bald er die kleine kinder forst immer wollte sie ihn vor seinem freund demütigen immer daran öffentlich erinnern dass er noch ein kind war dass er in die schule gehen musste und nur geduldet unter erwachsenen war diesmal war ihm die absicht aber doch zu durchsichtig er gab gar keine antwort sondern drehte sich kurzweg um wieder beleidigt sagte sie lächelnd und dann zum baron wäre das wirklich so arg wenn er einmal eine stunde arbeiten möchte und da im herzen des kindes wurde etwas kalt und starr sagte der baron er der sich seinen freund nannte er den als stubenhocker verhöhnt hatte eine stunde oder zwei könnten wirklich nicht schaden war das ein einverständnis hatten sie sich wirklich beide gegen ihn verbündet in dem blick des kindes flammte der zorn mein papa hat verboten dass ich hier lerne papa will dass ich mich hier erhole schleuderte er heraus mit dem ganzen stolz auf seine krankheit verzweifelt sich an das wort an die autorität seines vaters anklammernd wie eine drohung stieß er es heraus und was das merkwürdigste war das wort schien tatsächlich in den beiden ein missbehagen zu erwecken die mutter sah weg und trommelte nur nervös mit den fingern auf den tisch ein peinliches schweigen stand breit zwischen ihnen wie du meinst er die sagte schließlich der baron mit einem erzwungenen lächeln ich muss ja keine prüfung machen ich bin schon längst bei allen durchgefallen aber edgar lächelte nicht zu dem scherz sondern sah ihn nur an mit einem prüfenden sehnsüchtig eindringenden blick als wollte er ihm bis in die seele greifen was ging da vor etwas war verändert zwischen ihnen und das kind wusste nicht warum unruhig dieses die augen wandern in seinem herzen hämmerte ein kleiner hastiger hammer der erste verdacht siebtes kapitel brennendes geheimnis was hat sie so verwandelt sanders kind das ihnen im rollenden wagen gegenüber saß warum sind sie nicht mehr zu mir wie früher weshalb vermeidet mama immer meinen blick wenn ich sie ansehe warum sucht er immer vor mir witze zu machen und den hanswurst zu spielen beide reden sie nicht mehr zu mir wie gestern und vorgestern mir ist beinahe als hätten sie andere gesichter bekommen mama hat heute so rote lippen sie muss sie gefärbt haben das habe ich nie gesehen an ihr und er zieht immer die stirne kraus als sei er beleidigt ich habe ihnen doch nichts getan kein wort gesagt dass sie verdrießen konnte nein ich kann nicht die ursache sein denn sie sind selbst zueinander anders wie vor dem sie sind so als ob sie etwas angestellt hätten dass sie sich nicht zu sagen getrauen sie plaudern nicht mehr wie gestern sie lachen auch nicht sie sind befangen sie verbergen etwas irgendein geheimnis ist zwischen ihnen dass sie mir nicht verraten wollen ein geheimnis das ich ergründen muss um jeden preis ich kenne es schon es muss dasselbe sein vor dem sie mir immer die türe verschließen von dem in den büchern die rede ist und in den opern wenn die männer und die frauen mit ausgebreiteten armen gegeneinander singen sich umfassen und sich wegstoßen es muss irgendwie dasselbe sein wie das mit meiner französischen lehrerin die sich mit papa so schlecht vertrug und die dann weggeschickt wurde all diese dinge hängen zusammen das spüre ich aber ich weiß nur nicht wie es zu wissen endlich zu wissen dieses geheimnis ihn zu fassen diesen schlüssel der alle türen aufschließt nicht länger mehr kind sein vor dem man alles versteckt und verhehlt sich nicht mehr hinhalten lassen und betrügen jetzt oder nie ich will es ihnen entreißen dieses furchtbare geheimnis eine falte grob sich in seine stirne beinahe alt sah der schmächtige zwölfjährige aus wie er so ernst vor sich hin grübelte ohne einen einzigen blick an die landschaft zu wenden die sich in klingenden farben rings entfaltete die berge im gereinigten grün ihrer nadelwälder die täler im noch zarten glanz des verspäteten frühlings er sah nur immer die beiden ihm gegenüber im rücksitz des wagens an als könnte er mit diesen heißen blicken wie mit einer angel das geheimnis aus den glitzernden tiefen ihrer augen herausreißen nichts schärft intelligenz mehr als ein leidenschaftlicher verdacht nichts entfaltet mehr alle möglichkeiten eines unreifen intellekts als eine fährte die ins dunkel läuft manchmal ist es ja nur eine einzige dünne tür die kinder von der welt die wir die wirkliche nennen abtrennt und ein zufälliger windtauch weht sie ihnen auf edgar fühlte sich mit einem male dem unbekannten dem großen geheimnis so greifbar nahe wie noch nie er spürte es knapp vor sich zwar noch verschlossen und unenträtselt aber nah ganz nah das erregte ihn und gab ihn diesen plötzlichen feierlichen ernst denn unbewusst ahnte er dass er am rand seiner kindheit stand die beiden gegenüber fühlten irgendeinen dumpfen widerstand vor sich ohne zu ahnen dass er von dem knaben ausging sie fühlten sich eng und gehemmt zu dritt im wagen die beiden augen ihnen gegenüber mit ihrer dunkel in sich flackernden glut behinderten sie sie wagten kaum zu reden kaum zu blicken zu ihrer vormaligen leichten gesellschaftlichen konversation fanden sie jetzt nicht mehr zurück schon zu sehr verstrickt in dem ton der heißen vertraulichkeiten jener gefährlichen worte in denen die schmeichelnde unzüchtigkeit von heimlichen betastungen zittert ihr gespräch stieß immer auf lücken und stockungen es blieb stehen wollte weiter aber stolperte immer wieder über das hartnäckige schweigen des kindes besonders für die mutter war sein verbissenes schweigen eine last sie sah ihn vorsichtig von der seite an und erschrak als sie plötzlich in der art wie das kind die lippen verkniff zum ersten mal eine ähnlichkeit mit ihrem mann erkannte wenn er gereizt oder verärgert war der gedanke war ihr unbehaglich gerade jetzt an ihren mann erinnert zu werden da sie mit einem abenteuer versteckt spielen wollte wie ein gespenst ein wächter des gewissens doppelt unerträglich hier in der enge des wagens zehn zoll gegenüber mit seinen dunkel arbeitenden augen und dem lauern hinter der blassen stirn schien ihr das kind da schaute edgar plötzlich auf eine sekunde lang beide senken sie sofort den blick sie spürten dass sie sich belauerten zum ersten mal in ihrem leben bisher hatten sie einander blind vertraut jetzt aber war etwas zwischen mutter und kind zwischen ihr und ihm plötzlich anders geworden zum ersten male in ihrem leben begannen sie sich zu beobachten ihre beiden schicksale voneinander zu trennen beide schon mit einem heimlichen hass gegeneinander der nur noch zu neu war als dass sie sich ihn einzugestehen wagten alle drei atmeten sie auf als die pferde wieder vor dem hotel hielten es war ein verunglückter ausflug gewesen alle fühlten es und keiner wagte es zu sagen edgar sprang zuerst ab seine mutter entschuldigte sich mit kopfschmerzen und ging eilig hinauf sie war müde und wollte allein sein edgar und der baron blieben zurück der baron zahlte dem kutscher sah auf die uhr und schritt gegen die hall zu ohne den buben zu beachten er ging vorbei an ihm mit seinem feinen schlanken rücken diesem rhythmisch leichten wiegegang der das kind so bezauberte und den es gestern schon nachzuahmen versucht hatte er ging vorbei glatt vorbei offenbar hat er den knaben vergessen und ließ ihn stehen neben dem kutscher neben den pferden als gehörte er nicht zu ihm in edgar ist irgendetwas in zwei wie er ihn so vorübergehen sah ihn denn er trotz all dem noch immer so abgöttisch liebte verzweiflung brach aus seinem herzen also so vorbei ging ohne ihn mit dem mantel zu streifen ohne ihm ein wort zu sagen der sich doch keiner schuld bewusst war die mühsam bewahrte fassung zerriss die künstlich erhöhte last der würde klitt ihm von den zu schmalen schultern er wurde wieder ein kind klein und demütig wie gestern und vor dem es riss ihn weiter wieder seinen willen mit rasch zitternden schritten ging er dem baron nach trat ihm der eben die treppe hinauf wollte in den weg und sagte gepresst mit schwer verhaltenen tränen was habe ich ihnen getan dass sie nicht mehr auf mich achten warum sind sie jetzt immer so mit mir und die mama auch warum wollen sie mich immer wegschicken bin ich ihnen lästig oder habe ich etwas getan der baron schrag auf in der stimme war etwas das ihn verwirrte und weich stimmte mitleid überkam ihn mit dem arglosen buben eddie du bist ein nah ich war nur schlechter laune heute und du bist ein lieber bub den ich wirklich gern habe dabei schüttelte er ihn am schopf tüchtig hin und her aber doch das gesicht halb abgewendet um nicht diese großen feuchten flehenden kinderaugen sehen zu müssen die komödie die er spielte begann ihm peinlich zu werden er schämte sich eigentlich schon mit der liebe dieses kindes so frech gespielt zu haben und diese dünne von unterirdischem schluchzen geschüttelte stimme tat ihm weh geh jetzt hinauf er die heute abend werden wir uns wieder vertragen du wirst schon sehen sagt er begütigend aber sie dulden nicht dass mich mama gleich hinauf schickt nicht wahr nein nein er die ich dulde es nicht lächelte der baron geh nur jetzt hinauf ich muss mich anziehen für das abendessen edgar ging beglückt für den augenblick aber bald begann der hammer im herzen sich wieder zu rühren er war um jahre älter geworden seit gestern ein fremder gast das misstrauen saß jetzt schon fest in seiner kindischen brust er wartete es galt ja die entscheidende probe sie saßen zusammen bei tisch es wurde neun uhr aber die mutter schickte ihn nicht zu bett schon wurde er unruhig warum ließ sie ihn gerade heute so lange hier bleiben sie die sonst so genau war hatte ja am ende der baron seinen wunsch und das gespräch verraten brennende reue überfiel ihn plötzlich ihm heute mit seinem vollen vertrauenden herzen nachgelaufen zu sein um zehn erhob sich plötzlich seine mutter und nahm abschied vom baron und seltsam auch der schien durch diesen frühen aufbruch keineswegs verwundert zu sein suchte auch nicht wie sonst immer sie zurückzuhalten immer heftiger schlug der hammer in der brust des kindes nun galt es scharfe probe auch er stellte sich nichts ahnend und folgte ohne widerrede seiner mutter zur tür dort aber zuckte er plötzlich auf mit den augen und wirklich er fing in dieser sekunde einen lächelnden blick der über seinen kopf von ihr gerade zum baron hinüber ging einen blick des einverständnisses irgendeines geheimnisses der baron hat ihn also verraten deshalb also der frühe aufbruch er sollte heute eingewiegt werden in sicherheit um ihnen morgen nicht mehr im wege zu sein schuft murmelte er was meinst du fragte die mutter nichts schließt er zwischen den zähnen heraus auch er hatte jetzt sein geheimnis es hieß hass grenzenloser hass gegen beide achtes kapitel schweigen edgars unruhe war nun vorbei endlich genoss er ein reines klares gefühl hass und offene feindschaft jetzt da er gewiss war ihnen im weg zu sein wurde das zusammensein für ihn zu einer grausam komplizierten wollust er weiderte sich im gedanken sie zu stören ihnen nun endlich mit der ganzen geballten kraft seiner feindseligkeit entgegen zu treten dem baron wies er zuerst die zähne als der morgens herab kam und ihn im vorübergehen herzlich mit einem servus eddie begrüßte knurrte edgar der ohne aufzuschauen im foteu sitzen blieb ihm nur ein hartes morgen zurück ist die mama schon unten edgar blickt in die zeitung ich weiß nicht der baron stutzte was war das auf einmal schlecht geschlafen eddie was ein scherz sollte wie immer hinüber helfen aber edgar warf ihm nur wieder verächtlich ein nein hin und vertiefte sich neuerdings in die zeitung dummer bub murmelte der baron vor sich hin zuckte die achseln und ging weiter die feindschaft war erklärt auch gegen seine mama war edgar kühl und höflich einen ungeschickten versuch ihn auf den tennisplatz zu schicken wies er ruhig zurück sein lächeln knapp an den lippen aufgerollt und leise von erbitterung gekräuse zeigte dass es sich nicht mehr betrügen lasse ich gehe lieber mit euch spazieren mama sagte er mit falscher freundlichkeit und blickt ihr in die augen die antwort war ihr sichtlich ungelegen sie zögerte und schien etwas zu suchen warte hier auf mich entschied sie endlich und ging zum frühstück edgar wartete aber sein misstrauen war regel ein unruhiger instinkt arbeitete nun zwischen jedem wort dieser beiden eine geheime feindselige absicht heraus der argwohn gab ihm jetzt manchmal eine merkwürdige hellsichtigkeit der entschlüsse und statt wie ihm angewiesen war in der hall zu warten zog edgar es vor sich auf der straße zu postieren wo er nicht nur den einen hauptausgang sondern alle türen überwachen konnte irgendetwas in ihm bitterte betrug aber sie sollten ihm nicht mehr entwischen auf der straße drückte er sich wie er es in seinen indianer büchern gelernt hatte hinter einen holzstoß und lachte nur zufrieden also nach etwa einer halben stunde seine mutter tatsächlich aus der seitentür treten sah einen busch prachtvoller rosen in der hand und gefolgt vom baron dem verräter beide schienen sie sehr übermütig atmeten sie schon auf ihm entgangen zu sein allein für ihr geheimnis sie lachten im gespräch und schickten sich an den waldweg hinab zu gehen jetzt war der augenblick gekommen edgar schlenderte gemächlich als hätte ein zufall ihn hergeführt hinter dem holzstoß hervor ganz ganz gelassen ging er auf sie zu ließ sich zeit sehr viel zeit um sich ausgiebig an ihre überraschung zu weiden die beiden waren verblüfft und tauschten einen befremdeten blick langsam mit gespielter selbstverständlichkeit kam das kind heran und ließ seinen höhnischen blick nicht von ihnen da bist du eddie wir haben dich schon drin gesucht sagte endlich die mutter wie frech sie lügt dachte das kind aber die lippen blieben hart sie hielten das geheimnis des hasses hinter den zähnen und schlüssig standen sie alle drei einer lauerte auf den anderen also gehen wir sagte resigniert die verärgerte frau und zerpflückte eine der schönen rosen wieder dieses leichte zittern um die nasenflügel das bei ihr zorn verriet edgar blieb stehen als ginge ihnen das nichts an sah ins blaue wartete bis sie ging dann schickte er sich an ihnen zu folgen der baron machte noch einen versuch heute ist tennisturnier hast du das schon einmal gesehen edgar blickte ihn nur verächtlich an er antwortete ihm gar nicht mehr zog nur die lippen krumm als ob er pfeifen wollte das war sein bescheid sein hass wie es die blanken zähne wie eine alp lastete nun seine unerbetene gegenwart auf den beiden sträflinge gehen so hinter dem werter mit heimlich geballten fäusten das kind hat eigentlich gar nichts und wurde ihnen doch in jeder minute mehr unerträglich mit seinen lauernden blicken die feucht waren von verbissenen tränen seiner gereizten mürrischkeit die alle annäherungs versuche weg knurrte geh voraus sagte plötzlich wütend die mutter beunruhigt durch sein fortwährendes lauschen tanz mir nicht immer vor den füßen das macht mich nervös edgar gehorchte aber immer nach ein paar schritten wandte er sich um lieb wartend stehen wenn sie zurückgeblieben waren sie mit seinem blick wie der schwarze pudel mephistophelisch umkreisend und einspinnend in dieses feurige netz von hass in dem sie sich unentrinnbar gefangen fühlten sein böses schweigen zerriss wie eine säure ihre gute laune sein blick vergelte ihnen das gespräch der baron wagte kein einziges werben des wort mehr er spürte mit zorn diese frau ihm wieder entgleiten ihre mühsam angefachte leidenschaftlichkeit jetzt auskühlen in der furcht vor diesem lästigen widerlichen kind immer versuchten sie wieder zu reden immer brach ihre konversation zusammen schließlich trotteten sie alle drei schweigend über den weg hörten nur mehr die bäume flüsternd gegeneinander schlagen und ihren eigenen verdrossenen schritt das kind hatte ihr gespräch erdrosselt jetzt waren allen dreien die gereizte feindseligkeit mit wollust spürte das verratende kind wie sich ihre wut wehrlos gegen seine missachtete existenz balte mit zwinkernd höhnischen blick streifte er ab und zu das verbissene gesicht des barons er sah wie der zwischen den zähnen schimpfworte knirschte und an sich halten musste um sie nicht gegen ihn zu speien merkte zugleich auch mit diabolischer lust den aufsteigenden zorn seiner mutter und dass beide nur einen anlass ersehnten sich auf ihn zu stürzen ihn weg zu schieben oder unschädlich zu machen aber er bot keine gelegenheit sein hass war in langen stunden berechnet und gab sich keine blößen gehen wir zurück sagte plötzlich die mutter sie fühlte dass sie nicht länger an sich halten könnte dass sie etwas tun müsste aufschreien zumindest unter dieser folter wie schade sagte edgar ruhig es ist so schön beide merkten dass das kind sie verhöhnte aber sie wagten nichts zu sagen dieser tyrann hatte in zwei tagen zu wundervoll gelernt sich zu beherrschen kein zucken im gesicht verriet die schneidende ironie ohne wort gegen sie den langen weg wieder heim in ihr flackerte die erregung noch nach als sie dann beide allein im zimmer waren sie warf den sonnenschirm und ihre handschuhe ärgerlich weg edgar merkte sofort sie ihre nerven erregt waren und nach entladung verlangten aber er wollte einen ausbruch und blieb mit absicht im zimmer um sie zu reizen sie ging auf und ab setzte sich wieder hin ihre finger trommelten auf dem tisch dann sprangen sie wieder auf wie zerrauft du bist wie schmutzig du umher gehst ist eine schande vor den leuten schämst du dich nicht in deinem alter ohne ein wort der gegenrede gegen das kind hin und kämmte sich dieses schweigen dieses obstinate kalte schweigen mit dem zittern von hohen auf den lippen machte sie rasend am liebsten hätte sie ihn geprügelt geh auf dein zimmer schrie sie ihn an sie konnte seine gegenwart nicht mehr ertragen edgar lächelte und ging wie sie jetzt beide zitterten vor ihm wie sie angst hatten der baron und sie vor jeder stunde des zusammenseins dem unbarmherzig harten griff seiner augen je unbehaglicher sie sich fühlten in umso satterem wohlbehagen beklenzte sich sein blick umso herausfordernder wurde seine freude edgar quälte die wehrlosen jetzt mit der ganzen fast noch tierischen grausamkeit der kinder der baron konnte sein zorn noch dämmen weil er immer hoffte dem boben noch einen streich spielen zu können und nur an sein ziel dachte aber sie die mutter verlor immer wieder die beherrschung für sie war es eine erleichterung ihn anschreien zu können spiel nicht mit der gabel vor sie ihn bei tisch an du bist ein unerzogener fratz verdienst noch gar nicht unter erwachsenen zu sitzen edgar lächelte nur immer lächelte den kopf ein wenig schief zur seite gelegt er wusste dass dieses schreien verzweiflung war und empfand stolz dass sie sich so verrieten er hatte jetzt einen ganz ruhigen blick wie den eines arztes früher wäre er vielleicht boshaft gewesen um sie zu ärgern aber man lernt viel und rasch im hass jetzt schwieg er nur schwieg und schwieg bis sie zu schreien begann unter dem druck seines schweigens seine mutter konnte es nicht länger ertragen also jetzt vom essen aufstanden und edgar wieder mit dieser selbstverständlichen anhänglichkeit ihnen folgen wollte brach es plötzlich los aus ihr sie vergaß alle rücksicht und spiel die wahrheit aus gepeinigt von seiner schleichenden gegenwart bäumte sie sich wie ein von fliegen gefoltertes pferd was rennst du mir immer nach wie ein dreijähriges kind ich will dich nicht immer in der nähe haben kinder gehören nicht zu erwachsenen merk dir das beschäftige dich doch einmal eine stunde mit dir selbst lies etwas oder tu was du willst lass mich in ruhe du machst mich nervös mit einem herumschleichen deiner widerlichen verdrossenheit endlich hat er es ihr entrissen das geständnis edgar lächelte während der baron und sie jetzt verlegen schienen sie wandte sich ab und wollte weiter wütend über sich selbst dass sie ihr unbehagen dem kind eingestanden hatte aber edgar sagte nur kühl papa will nicht dass ich allein hier herum gehe papa hat mir das versprechen abgenommen dass ich nicht und vorsichtig bin und bei dir bleibe er betonte das wort papa weil er damals bemerkt hatte dass es eine gewisse lähmende wirkung auf die beiden übte auch sein vater musste also irgendwie verstrickt sein in dieses heiße geheimnis papa musste irgendeine geheime macht über die beiden haben die er nicht kannte denn schon die erwähnung seines namens schien ihnen angst und unbehagen zu bereiten auch diesmal entgegneten sie nichts sie streckten die waffen die mutter ging voran der baron mit ihr hinter ihnen kam edgar aber nicht demütig wie ein diener sondern hart streng und unerbittlich wie ein wächter unsichtbar klirrte er mit der kette an der sie rüttelten und die nicht zu zersprengen war der hass hatte seine kindische kraft gestählt er der unwissende war stärker als sie beide denen das geheimnis die hände band neuntes kapitel die lügner aber die zeit drängte der baron hatte nur mehr wenige tage und die wollten genützt sein widerstand gegen die hartnäckigkeit des gereizten kindes war das fühlten sie vergeblich und so griffen sie zum letzten zum schmählichsten ausweg zur flucht nur um für eine oder zwei stunden seiner tyrannei zu entgehen gibt diese briefe rekommendiert zur post sagte die mutter zu edgar sie standen beide in der hall der baron sprach draußen mit einem fiaker misstrauisch übernahm edgar die beiden briefe er hatte bemerkt dass früher ein diener irgendeine botschaft seiner mutter übermittelt hatte bereiteten sie am ende etwas gemeinsam gegen ihn vor er zögerte wo erwartest du mich hier bestimmt ja dass du aber nicht weg ist du wartest also hier in der hall auf mich bis ich zurückkomme er sprach im gefühl seiner überlegenheit mit seiner mutter schon befehlshaberisch seit vorgestern hat es sich viel verändert dann ging er mit den beiden briefen an der tür stieß er mit dem baron zusammen er sprach ihn an zum ersten mal seit zwei tagen ich gebe nur die zwei briefe auf meine mama wartet auf mich bis ich zurückkomme bitte gehen sie nicht früher fort der baron drückte sich rasch vorbei ja ja wir warten schon edgar stürmt zum postamt er musste warten ein herr vor ihm hatte ein dutzend langweiliger fragen endlich konnte er sich des auftrags entledigen und rannte sofort mit den rezipisten zurück und kam eben zurecht um zu sehen wie seine mutter und der baron im fiaka davon fuhren er war starr vor wut fast hätte er sich niedergebückt und ihnen einen stein nachgeschleudert sie waren ihm also doch entkommen aber mit einer wie gemeinen wie schorkischen lüge dass seine mutter log wusste er seit gestern aber dass sie so schamlos sein konnte ein offenes versprechen zu missachten das zerriss ihm ein letztes vertrauen er verstand das ganze leben nicht mehr seit er sah dass die worte hinter denen er die wirklichkeit vermutet hatte nur farbige blasen waren die sich pläten und in nichts zersprang aber was für ein furchtbares geheimnis musste das sein das erwachsene menschen so weit trieb ihnen ein kind zu belügen sich wegzustehen wie verbrecher in den büchern die er gelesen hatte mordeten und betrogen die menschen um geld zu gewinnen oder macht oder königreiche was aber war hier die ursache was wollten diese beiden warum versteckten sie sich vor ihm was suchten sie unter hundert lügen zu verhüllen er zermaterte sein gehirn dunkel spürte er dass dieses geheimnis der regel der kindheit sei dass es erobert zu haben bedeutete erwachsen zu sein endlich endlich ein mann es zu fassen aber er konnte nicht mehr klar denken die wut dass sie ihm entkommen waren verbrannte und verqualmte ihm den klaren blick er lief hinaus in den wald gerade konnte er sich noch ins dunkel retten wo ihn niemand sah und da brach es heraus in einem strom heißer tränen lügner hunde betrüger schurken er musste diese worte laut herausschreien sonst wäre er erstickt die wut die ungeduld der ärger die neugier die hilflosigkeit und der verrat der letzten tage im kindischen krampf im wahn seiner erwachsenheit niedergehalten sprengten jetzt die brust und wurden tränen es war das letzte weinen seiner kindheit das letzte wildeste weinen zum letzten mal gab es sich weibisch hin an die wollust der tränen er weinte in dieser stunde fassungsloser wut alles aus sich heraus vertrauen liebe gläubigkeit respekt seine ganze kindheit der knabe der dann zum hotel zurückging war ein anderer er war kühl und handelte vorbedacht zunächst ging er in sein zimmer wusch sorgfältig das gesicht und die augen um den beiden triumph zu gönnen die spuren seiner tränen zu sehen dann bereitete er die abrechnung vor und wartete geduldig ohne jede unruhe die hau war recht gut besucht als der wagen mit den beiden flüchtigen draußen wiederhielt ein paar herren spielten schach andere lasen ihre zeitung die damen plauderten unter ihnen hatte reglos ein wenig blass mit zitternden blicken das kind gesessen als jetzt seine mutter und der baron zur türe herein kam ein wenig geniert ihn so plötzlich zu sehen und schon die vorbereitete ausrede stammeln wollten trat er ihnen aufrecht und ruhig entgegen und sagte herausfordernd herr baron ich möchte ihnen etwas sagen dem baron wurde es unbehaglich er kam sich irgendwie ertappt vor ja ja später gleich aber edgar warf die stimme hoch und sagte hell und scharf dass alle rings es hören konnten ich will aber jetzt mit ihnen reden sie haben sich niederträchtig benommen sie haben mich angelogen sie wussten dass meine mama auf mich wartet und sind edgar schrie die mutter die alle blicke auf sich gerichtet sah und stürzte gegen ihn los aber das kind greischte jetzt da es sah dass sie seine worte überschreien wollten plötzlich gellend auf ich sage es ihnen nochmals vor allen leuten sie haben infam gelogen und das ist gemein das ist erbärmlich der baron stand blass die leute starrten auf einige lächelten die mutter packte das vor erregung zitternde kind komm sofort auf dein zimmer oder ich prügele dich hier vor allen leuten stammelte sie heise edgar aber war schon wieder ruhig es tat ihm leid so leidenschaftlich gewesen zu sein er war unzufrieden mit sich selbst denn eigentlich wollte er ja den baron kühl herausfordern aber die wut war wilder gewesen als sein wille ruhig ohne hast wandte er sich zur treppe entschuldigen sie herr baron seine ungezogenheit sie wissen ja er ist ein nervöses kind stotterte sie noch verwirrt von den ein wenig chemischen blicken der leute die sie ringsum anstarrten nichts in der welt war ihr fürchterlicher als skandal und sie wusste dass sie nun haltung bewahren musste statt gleich die flucht zu ergreifen ging sie zuerst zum portier fragte nach briefen und anderen gleichgültigen dingen und rauschte dann hinauf als ob nichts geschehen wäre aber hinter ihr wisperte ein leises kiel wasser von zischeln und unterdrücktem gelächter unterwegs verlangsamte sich ihr schritt sie war immer ernsten situationen gegenüber hilflos und hatte eigentlich angst vor dieser auseinandersetzung dass sie schuldig war konnte sie nicht leugnen und dann sie fürchtete sich vor dem blick des kindes diesen neuen fremden so merkwürdigen blick der sie lähmte und unsicher machte aus furcht beschloss sie es mit milde zu versuchen denn bei einem kampf war das wusste sie dieses gereizte kind jetzt der stärkere leise klingte sie die tür auf der bub saß da ruhig und kühl die augen die er zu ihr aufhob waren ganz ohne angst verrieten nicht einmal neugierde er schien sehr sicher zu sein edgar begann sie möglichst mütterlich was ist dir eingefallen ich habe mich geschämt für dich wie kann man nur so ungezogen sein schon gar als kind zu einem erwachsenen du wirst dich dann sofort beim herrn baron entschuldigen edgar schaute zum fenster hinaus das nein sagte er gleichsam zu den bäumen gegenüber seine sicherheit begann sie zu befremden edgar was geht denn vor mit dir du bist ja ganz anders als sonst ich kenne mich gar nicht mehr in die aus du warst doch sonst immer ein kluges artiges kind mit dem man reden konnte und auf einmal benimmst du dich so als sei der teufel in dich gefahren was hast du denn gegen den baron du hast ihn doch sehr gern gehabt er war immer so lieb gegen dich ja weil er dich kennenlernen wollte er wurde unbehaglich unsinn was fällt dir ein wie kannst du so etwas denken aber davor das kind auf ein lügner ist er ein falscher mensch was er tut ist berechnung und gemeinheit er hat dich kennenlernen wollen deshalb war er freundlich zu mir und hat mir einen hund versprochen ich weiß nicht was er dir versprochen hat und warum er zu dir freundlich ist aber auch von dir will er etwas mama ganz bestimmt sonst wäre er nicht so höflich und freundlich er ist ein schlechter mensch er lügt sehen dir nur einmal an wie falsch immer schaut wo ich hasse ihn diesen erbärmlichen lügner diesen schurken aber edgar wie kann man so etwas sagen sie war verwirrt und wusste nicht zu antworten in ihr regte sich ein gefühl dass dem kind recht gab ja er ist ein schurke das lasse ich mir nicht ausreden das musst du selbst sehen warum hat er denn angst vor mir warum versteckt er sich vor mir weil er weiß dass ich ihn durchschaue dass ich ihn kenne diesen schurken wie kann man so etwas sagen wie kann man so etwas sagen ihr gehirn war ausgetrocknet nur die lippen stammelten blutlos immer wieder die beiden sätze sie begann jetzt plötzlich eine furchtbare angst zu haben und wusste eigentlich nicht ob vor dem baron oder vor dem kinder edgar sah dass eine mahnung eindruck machte und es verlockte ihn sie zu sich herüber zu reißen ein genossen zu haben im hasse in der feindschaft gegen ihn weich ginge auf seine mutter zu umfasste sie und seine stimme wurde schmeichlerisch vor erregung mama sagte er du musst es doch selbst bemerkt haben dass er nichts gutes will er hat dich ganz anders gemacht du bist verändert und nicht ich er hatte ich aufgehetzt gegen mich nur um dich allein zu haben sicher will er dich betrügen ich weiß nicht was er dir versprochen hat ich weiß nur er wird es nicht halten du solltest dich hüten vor ihm wer einen belügt belügt auch den anderen er ist ein böser mensch dem noch nicht trauen soll diese stimme weich und fast in tränen klang wie aus ihrem eigenen herzen in ihr war seit gestern ein missbehagen erwacht dass ihr dasselbe sagte eindringlicher und eindringlicher aber sie schämte sich dem eigenen kinder recht zu geben und rettete sich wie viele aus der verlegenheit eines überwältigenden gefühls in die rauheit des ausdrucks sie reckte sich auf kinder verstehen so etwas nicht du hast in solche sachen nicht rein zu reden du hast dich anständig zu benehmen das ist alles edgars gesicht froh wieder kalt ein wie du meinst sagte er hat ich habe dich gewarnt also du willst dich nicht entschuldigen nein sie standen sich schroff gegenüber sie fühlte es ging um ihre autorität dann wirst du hier oben speisen allein und nicht eher an unseren tisch kommen bis du dich entschuldigt hast ich werde dich noch manieren lehren du wirst dich nicht vom zimmer rühren bis ich es dir erlaube hast du verstanden edgar lächelte dieses tückische lächeln schien schon mit seinen lippen verwachsen zu sein innerlich war er zornig gegen sich selbst wie töricht von ihm dass er wieder einmal sein herz hat entlaufen lassen und sie die lügnerin noch warnen wollte die mutter rauschte hinaus ohne ihn noch einmal anzusehen sie fürchtete diese schneidenden augen das kind war ihr unbehaglich geworden seit sie fühlte dass es seine augen offen hatte und ihr gerade das sagte was sie nicht wissen und nicht hören wollte schreckhaft war es ihr eine innere stimme ihr gewissen abgelöst von sich selber als kind verkleidet als ihr eigenes kind herumgehen und sie warnen sie verhöhnen zu sehen bisher war dieses kind neben ihrem leben gewesen ein schmuck ein spielzeug irgendein liebes und vertrautes manchmal vielleicht eine last aber immer etwas das in derselben strömung im gleichen takt ihres lebens lief zum ersten mal bäumte das sich heute auf und trotzte gegen ihren willen etwas wie hass mischte sich jetzt immer in die erinnerung an ihr kind aber dennoch jetzt da sie die treppe ein wenig müde niederstieg klang die kindische stimme aus ihrer eigenen brust du solltest dich hüten vor ihm die mahnung ließ sich nicht zum schweigen bringen da glänzte ihr im vorüberschreiten ein spiegel entgegen fragend blickte sie hinein tiefer und immer tiefer bis sich dort die lippen leise lächelnd auftaten und sich rundeten wie zu einem gefährlichen wort noch immer klang von innen die stimme aber sie warf die achseln hoch als schüttelte sie all diese unsichtbaren bedenken von sich ab gab dem spiegel einen hellen blick raffte das kleid und ging hinab mit der entschlossenen geste eines spielers der sein letztes goldstück klingend über den tisch rollen lässt zehntes kapitel spuren im mondlicht der kellner der edgar das essen in seinen stuben arrest gebracht hatte schloss die türe hinter ihm knackte das schloss das kind vorwütend auf das war offenbar im auftrag seiner mutter geschehen dass man ihn einsperrte wie ein bösartiges tier finster rang es sich aus ihm was geschieht nun da drunten während ich hier eingeschlossen bin was mögen die beiden jetzt bereden geschieht am ende jetzt dort das geheime und ich muss es versäumen und dieses geheimnis dass ich immer und überall spüre wenn ich unter erwachsenen bin vor dem sie die türe zuschließen in der nacht dass sie in leises gespräch versenken drehte ich unversehens herein dieses große geheimnis dass mir jetzt seit tagen nahe ist hart vor den händen und dass ich noch immer nicht greifen kann was habe ich nicht schon getan um es zu fassen ich habe papa damals bücher aus dem schreibtisch gestohlen und sie gelesen und alle diese merkwürdigen dinge waren darin nur dass ich sie nicht verstand es muss irgendwie ein siegel daran sein dass erst abzulösen ist um es zu finden vielleicht in mir vielleicht in den anderen ich habe das dienstmädchen gefragt sie gebeten mir diese stellen in den büchern zu erklären aber sie hat mich ausgelacht furchtbar kind zu sein voll von neugier und doch niemand fragen zu dürfen immer lächerlich zu sein vor diesen großen als ob man etwas dummes oder nutzloses wäre aber ich werde es erfahren ich fühle ich werde es jetzt bald wissen ein teil ist schon in meinen händen und ich will nicht früher ablassen ich das ganze besitze er horchte ob niemand käme ein leichter wind flog draußen durch die bäume und brach den starren spiegel des mondlichtes zwischen dem geäste in hundert schwanke splitter es kann nichts gutes sein was die beiden vorhaben sonst hätten sie nicht solche erbärmliche lügen gesucht um mich fortzukriegen gewiss sie lachen jetzt über mich die verfluchten dass sie mich endlich los sind aber ich werde zuletzt lachen wie dumm von mir mich hier einsperren zu lassen ihnen eine sekunde freiheit zu geben statt an ihnen zu kleben und jede ihrer bewegungen zu belauschen ich weiß die großen sind ja immer und vorsichtig und auch sie werden sich verraten sie glauben immer von uns dass wir noch ganz klein sind und abends immer schlafen sie vergessen dass man sich auch schlafend stellen kann und lauschen dass man sich dumm geben kann und sehr klug sein jüngst wie meine tante ein kind bekam haben sie es lange voraus gewusst und sich nur von mir verwundert gestellt als seien sie überrascht worden aber ich habe es auch gewusst denn ich habe sie reden gehört vor wochen am abend als sie glaubten ich schliefe und so werde ich auch diesmal sie überraschen die sind niederträchtigen wenn ich durch die türe spielen könnte sie heimlich jetzt beobachten während sie sich sicher wählen sollte ich nicht vielleicht leuten jetzt dann käme das mädchen sperrte die tür auf und fragte was ich wollte oder ich könnte poltern könnte geschirr zerschlagen dann sperrte man auch auf und in dieser sekunde könnte ich hinaus schlüpfen und sie belauschen aber nein das will ich nicht niemand soll sehen wie niederträchtig sie mich behandeln ich bin zu stolz dazu morgen will ich es ihnen schon heimzahlen unten lachte eine frauenstimme edgar schrak zusammen das könnte seine mutter sein die hatte ja grund zu lachen ihn zu verhöhnen den kleinen hilflosen hinter dem man den schlüssel abtrete wenn er lästig war den man in den winkel warf wie ein bündel nasser kleider vorsichtig beugte er sich zum fenster hinaus nein sie war es nicht sondern fremde übermütige mädchen die einen burschen neckten da in dieser minute bemerkte er wie wenig hoch sich eigentlich sein fenster über die erde erhob und schon kaum dass er es merkte war der gedanke da hinaus spring jetzt wo sie sich ganz sicher wähnten sie belauschen er fieberte vor freude über seinen entschluss ihm war als hielt er damit das große das funkelnde geheimnis der kindheit in den händen hinaus hinaus zitterte es in ihm gefahr war keine menschen ging nicht vorüber und schon sprang er es gab ein leises geräusch von knirschendem kies das keiner vernahm in diesen zwei tagen war ihm das beschleichen das lauernd zur lust seines lebens geworden und wollust fühlte er jetzt gemengt mit einem leisen schauer von angst als er auf ganz leisen sohlen um das hotel stich sorgsam den stark ausstrahlenden widerschein der lichter vermeidend zunächst blickte er die wange vorsichtig an die scheiben pressend in den speisesaal ihr gewohnter platz war leer er spähte dann weiter von fenster zu fenster ins hotel selbst wagte er sich nicht hinein aus furcht er könnte ihnen zwischen den gängen und versehens in den weg laufen nirgends waren sie zu finden schon wollte er verzweifeln da sah er zwei schatten aus der türe vorfallen und er zuckte zurück und duckte sich in das dunkel seine mutter mit ihrem nun unvermeidlichen begleiter heraustreten gerade war er also zurecht gekommen was sprachen sie er konnte es nicht verstehen sie redeten leise und der wind rummorte zu unruhig in den bäumen jetzt aber zog deutlich ein lachen vorüber die stimme seiner mutter es war ein lachen das er an ihr gar nicht kannte ein seltsam scharfes wie gekitzeltes gereiztes nervöses lachen das ihm fremd anmutete und vor dem er erschrak sie lachte also konnte es nichts gefährliches sein nicht etwas ganz großes und gewaltiges das man vor ihm verbarg edgar war ein wenig enttäuscht aber warum verließen sie das hotel wohin ging sie jetzt allein in der nacht hoch oben mussten mit riesigen flügeln winde dahin streifen denn der himmel eben noch rein und mond klar wurde jetzt dunkel schwarze tücher von unsichtbaren händen geworfen wickelten manchmal den mond ein und die nacht wurde dann so undurchdringlich dass man kaum den weg sehen konnte um bald wieder hell zu glänzen wenn sich der mond befreite silber floss kühl über die landschaft geheimnisvoll war dieses spiel zwischen licht und schatten und aufreizend wie das spiel einer frau mit flöße und verhüllungen gerade jetzt entkleidete die landschaft wieder ihren blanken leib edgar sah schräg über dem weg die wandelnden silhouetten oder vielmehr die eine denn so aneinander gepresst gingen sie als drängte sie eine innere furcht zusammen aber wohin ging sie jetzt die beiden die föhren ächzten es war eine unheimliche geschäftigkeit im wald als wühlte die wilde jagd darin ich folge ihnen dachte edgar sie können meinen schritt nicht hören in diesem aufruhr von wind und wald und er sprang indes die unten auf der breiten hellen straße ging oben im gehölz von einem baum zum anderen leise weiter von schatten zu schatten erfolgte ihnen zäh und unerbittlich segnete den wind der seine schritte unhörbar machte und verfluchte ihn weil er ihm immer die worte von drüben weg trug nur einmal wenn er hätte ihr gespräch hören können war er sicher das geheimnis zu halten die beiden unten gingen ahnungslos sie fühlten sich selig allein in dieser weiten verwirrten nacht und verloren sich in ihrer wachsenden erregung keine ahnung warnte sie dass oben im vielverzweigten dunkel jedem ihrer schritte gefolgt wurde und zwei augen sie mit der ganzen kraft von hass und neugier um gralt hielten plötzlich blieben sie stehen auch edgar hielt sofort inne und presste sich enger an einen baum in befiehl eine stürmische angst wie wenn sie jetzt umkehrten und vor ihm das hotel erreichten wenn er sich nicht retten konnte in sein zimmer und die mutter es leer fand dann war alles verloren dann wussten sie dass er sie heimlich belauerte und er durfte nie mehr hoffen in das geheimnis zu entreißen aber die beiden zögerten offenbar in einer meinungsverschiedenheit glücklicherweise war mondlicht und er konnte alles deutlich sehen der baron deutete auf einen dunklen schmalen seitenweg der ins tal hinab führte wo das mondlicht nicht wie hier auf der straße einen weiten vollen strom rauschte sondern nur in tropfen und seltsamen strahlen durchs dickicht zickerte warum will er dort hinab zuckte es in edgar seine mutter schien nein zu sagen er aber der andere sprach ihr zu edgar konnte an der art seiner gestikulation merken wie eindringlich er sprach angst befiel das kind was wollte dieser mensch von seiner mutter warum versuchte er dieser schurke sie ins dunkel zu schleppen aus seinen büchern die für in die welt waren kam plötzlich lebendige erinnerungen von mord und entführung von finsteren verbrechen sicherlich er wollte sie ermorden und dazu hat er ihn weggehalten sie einsam hierher gelockt sollte er hilfe schreien mörder der ruf saß ihm schon ganz oben in der kehle aber die lippen waren vertrocknet und brachten keinen laut heraus seine nerven spannten sich vor aufregung kaum konnte er sich gerade halten erschreckt vor angst griff er nach einem halt da knackte ihm ein zweig unter den händen die beiden wandten sich erschreckt um und starten ins dunkel edgar blieb stumm an den baum gelehnt mit angepressten armen den kleinen körper tief in den schatten geduckt es blieb totenstille aber doch sie schienen erschreckt kehren wir um würde er seine mutter sagen es klang geängstigt von ihren lippen der baron offenbar selbst beunruhigt willigte ein die beiden gingen langsam und eng aneinander geschmickt zurück ihre innere befangenheit war edgars glück auf allen vieren ganz unten im holz kroch er die hände sich blutig reißend bis zur wendung des waldes von dort lief er mit aller geschwindigkeit dass ihm der atem stockte bis zum hotel und da mit ein paar sprüngen hinauf der schlüssel der ihn eingesperrt hatte steckte glücklicherweise von außen er drehte ihn um stürzte ins zimmer und schon hin aufs bett ein paar minuten musste er rasten denn das herz schlug ungestüm an seine brust wie ein klöppel an die klingende glockenwand dann wagte er sich auf lehnte am fenster und wartete bis sie kamen es dauerte lange sie mussten sehr sehr langsam gegangen sein vorsichtig später aus dem umschatteten rahmen jetzt kamen sie langsam daher mondlicht auf den kleidern gespensterhaft sahen sie aus in diesem grünen licht und wieder über viel in das süße grauen ob das wirklich ein mörder sei und welch furchtbares geschehen er durch seine gegenwart verhindert hatte deutlich sei in die kreide hellen gesichter in dem seiner mutter war ein ausdruck von verzücktheit den er an ihr nicht kannte er hingegen schien hart und verdrossen offenbar weil ihm seine absicht misslungen war ganz nahe waren sie schon erst knapp vor dem hotel lösten sich ihre gestalten voneinander ob sie herauf sehen würden nein keiner blickte herauf sie haben mich vergessen dachte der knabe mit einem wilden ingrim mit einem heimlichen triumph aber ich nicht euch ihr denkt wohl dass ich schlafe oder nicht auf der welt bin aber ihr sollt euren irrtum sehen jeden schritt will ich euch überwachen bis ich ihm dem schurken das geheimnis entrissen habe das furchtbare dass mich nicht schlafen lässt ich werde euer bündnis schon zerreißen ich schlafe nicht langsam traten die beiden in die türe und also jetzt einer hinter dem anderen hinein ging umschlangen sich wieder für eine sekunde die fallenden silhouetten als einziger schwarzer streif schwand ihr schatten in die erhellte tür dann lag der platz im mondlicht wieder blank vor dem hause wie eine weite wiese von schnee elftes kapitel der überfall edgar trat atmend zurück vom fenster das grauen schüttelte ihn noch nie war in seinem leben ähnlich geheimnisvoll so nah gewesen die welt der aufregungen der spannenden abenteuer jene welt von mord und betrug aus seinen büchern war in seiner anschauung immer dort gewesen wo die märchen waren hart hinter den träumen im unwirklichen und unerreichbaren jetzt auf einmal aber schien er mitten hinein geraten in diese grauenhafte welt und sein ganzes wesen wurde fieberhaft geschüttelt durch so unverhoffte begegnung wer war dieser mensch der geheimnisvolle der plötzlich in ihr ruhiges leben getreten war war er wirklich ein mörder dass er immer das entlegene suchte und seine mutter hinschleppen wollte wo es dunkel war furchtbares schien bevor zu stehen er wusste nicht was zu tun morgen da war er sicher wollte er dem vater schreiben oder telegrafieren aber konnte es nicht noch jetzt geschehen heute abend noch war er seine mutter nicht in ihrem zimmer noch war sie mit diesem verhassten fremden menschen zwischen der inneren tür und der äußeren leicht beweglichen tapeten tür war ein schmaler zwischenraum nicht größer als das innere eines kleiderschrankes dort in dieser handbreit dunkel presste er sich hinein um auf ihre schritte im gang zu lauern denn nicht einen augenblick so hat er beschlossen wollte er sie allein lassen der gang lag jetzt um mitternacht leer matt nur beleuchtet von einer einzelnen flamme endlich die minuten dehnten sich ihm fürchterlich hörte er behutsame schritte herauf kommen er horchte angestrengt es war nicht ein rasches losschreiten wie wenn jemand gerade in sein zimmer will sondern schleifende zögernde sehr verlangsamte schritte wie einen unendlich schweren und steilen weg empor dazwischen immer wieder geflüster und ein inhalten edgar zitterte vor erregung waren es am ende die beiden blieb er noch immer mit ihr das flüstern war zu entfernt aber die schritte wenn auch noch zögernd kamen immer näher und jetzt hört er auf einmal die verhasste stimme des barons leise und heiser etwas sagen dass er nicht verstand und dann gleicht die seiner mutter in rascher abwehr nein nicht heute nein edgar zitterte sie kamen näher und er musste alles hören jeder schritt so leise er auch war tat ihm weh in der brust und die stimme wie hässlich schien sie ihm diese gierig werbende widerliche stimme des verhassten seien sie nicht grausam sie waren so schön heute abend und die andere wieder nein ich darf nicht ich kann nicht lassen sie mich los es ist so viel angst in der stimme seiner mutter dass das kind erschrickt was will er denn noch von ihr warum fürchtet sie sich sie sind immer näher gekommen und müssen jetzt schon ganz vor seiner tür sein knapp hinter ihnen steht er zitternd und unsichtbar eine hand weit geschützt nur durch die dünne scheibe tuch die stimmen sind jetzt atemnah kommen sie matilde kommen sie wieder hört er seine mutter stöhnen schwächer jetzt in erlarmendem widerstand aber was ist dies sie sind ja weitergegangen im dunkeln seine mutter ist nicht in ihr zimmer sondern daran vorbeigegangen wohin schleppt er sie warum spricht sie nicht mehr hat er ihr einen knebel in den mund gestopft presst er ihr die kehle zu die gedanken machen ihn wild mit zitternder hand stößt er die türe eine spannweite auf jetzt sieht er im dunkelnden gang die beiden der baron hat seiner mutter den arm um die hüfte geschlungen und führt sie die schon nachzugeben scheint leise fort jetzt macht er halt vor seinem zimmer er will sie wegschleppen erschrickt das kind jetzt will er das furchtbare tun ein wilder ruck erschlägt die türe zu und stürzt hinaus den beiden nach seine mutter schreit auf wie jetzt aus dem dunkel plötzlich etwas auf sie losstürzt scheint in eine ohnmacht gesunken vom baron nur mühsam gehalten der aber fühlt in dieser sekunde eine kleine schwache faust in seinem gesicht dem die lippe hart an die zähne schlägt etwas was sich katzenhaft an seinen körper krallt er lässt die erschreckte los die rasch entflieht und schlägt blind ehe er noch weiß gegen wen er sich wehrt mit der faust zurück das kind weiß dass es der schwächere ist aber es gibt nicht nach endlich endlich ist der augenblick da der lang ersehnte all die verratene liebe den aufgestapelten hass leidenschaftlich zu entladen er hämmert mit seinen kleinen fäusten blind drauf los die lippen verbissen in einer fiebrigen sinnlosen gereiztheit auch der baron hat ihn jetzt erkannt auch er steckt voll hass gegen diesen heimlichen spion der ihm die letzten tage vergelte und das spiel verdarb er schlägt der zurück wohin es eben trifft edgar stöhnt auf lässt aber nicht los und schreit nicht um hilfe sie ringen eine minute stumm und verbissen in dem mitternächtigen gang allmählich wird dem baron das lächerliche seines kampfes mit einem halbwüchsigen buben bewusst er packt ihn fest an um ihn wegzuschleudern aber das kind wie es jetzt seine muskeln nachlassen spürt und weiß dass es in der nächsten sekunde der besiegte der geprügelt es sein wird schnappt in wilder wut nach dieser starken festen hand die ihn im nacken fassen will unwillkürlich stößt der gebissene einen dumpfen schrei aus und lässt frei eine sekunde die das kind benutzt um in sein zimmer zu flüchten und den regel vorzuschieben eine minute nur hat dieser mitternächtige kampf gedauert niemand rechts und links hat ihn gehört alles ist still alles scheint in schlaf ertrunken der baron wischt sich die blutende hand mit dem taschentuch spät beunruhigt in das dunkel niemand hat gelauscht nur oben flimmert ihm düngt höhnisch ein letztes unruhiges licht zwölftes kapitel gewitter war das ein traum ein böser gefährlicher traum fragte sich edgar am nächsten morgen als er mit versträhntem haar aus einer wirrnis von angst erwachte den kopf quälte dumpfes tröhnen die gelenke ein erstarrtes hölzernes gefühl und jetzt wie an sich hinab sah merkte er erschreckt dass er noch in den kleidern stark er sprang auf taumelte an den spiegel und schauerte zurück vor seinem eigenen blassen und verzerrten gesicht das über der stirne zu einem rötlichen striemen verschwollen war mühsam raffte er seine gedanken zusammen und erinnerte sich jetzt beängstigt an alles an den nächtigen kampf draußen im gang sein zurückstürzen ins zimmer und dass er dann zitternd im fieber angezogen und flucht bereits sich auf das bett geworfen habe dort musste er eingeschlafen sein hinabgestürzt in diesen dumpfen verhangenen schlaf in dessen träumen dann all dies noch einmal wiedergekehrt war nur anders und noch furchtbarer mit einem feuchten geruch von frischem fließenden blut unten gingen schritte knirschend über den kies stimmen flogen wie unsichtbare vögel herauf und die sonne griff tief ins zimmer hinein es musste schon spät am vormittag sein aber die uhr die er erschreckt befragte deutete auf mitternacht er hatte in seiner aufregung vergessen sie gestern aufzuziehen und diese ungewissheit irgendwo lose in der zeit zu hängen beunruhigte ihn verstärkt durch das gefühl der unkenntnis was eigentlich geschehen war er richtete sich rasch zusammen und ging hinab unruhe und ein leises schuldgefühl im herzen im frühstücks zimmer saß seine mama allein am gewohnten tisch edgar atmete auf dass sein feind nicht zugegen war dass er sein verhasstes gesicht nicht sehen musste in das er gestern im zorn seine faust geschlagen hatte und doch wie er nun an den tisch herantrat fühlte er sich unsicher guten morgen grüßte er seine mutter antwortete nicht sie blickte nicht einmal auf sondern betrachtete mit merkwürdig starren pupillen in der ferne die landschaft sie sah sehr blass aus hatte die augen leicht umrändert und um die nasenflügel jenes nervöse zucken das so verräterisch für ihre erregung war edgar verbiss die lippen dieses schweigen verwirrte ihn er wusste eigentlich nicht ob er den baron gestern schwer verletzt hatte und ob sie überhaupt um diesen nächtigen zusammenstoß wissen konnte und diese unsicherheit quälte ihn aber ihr gesicht blieb so starr dass er gar nicht versuchte zu ihr aufzublicken aus angst die jetzt gesenkten augen möchten plötzlich hinter den verhangenen lidern aufspringen und ihn fassen er wurde ganz still wagte nicht einmal lärm zu machen ganz vorsichtig hob er die tasse und stellte sie wieder zurück verstohlen hinblickend auf die finger seiner mutter die sehr nervös mit dem löffel spielten und in ihrer gekrümmtheit geheimen zorn zu verraten schienen eine viertelstunde saß er so in dem schwülen gefühl der erwartung auf etwas das nicht kam kein wort kein einziges erlöste ihn und jetzt da seine mutter aufstand noch immer ohne seine gegenwart bemerkt zu haben wusste er nicht was er tun sollte allein hier beim tisch sitzen bleiben oder ihr folgen schließlich erhob er sich doch ging demütig hinter ihr her die ihn geflissentlich übersah und spürte immer dabei wie lächerlich sein nachschleichen war immer kleiner machte er seine schritte um mehr und mehr hinter ihr zurück zu bleiben die ohne ihn zu beachten in ihr zimmer ging als edgar endlich nachkam stand er vor einer hart geschlossenen türe was war geschehen er kannte sich nicht mehr aus das sichere bewusstsein von gestern hatte ihn verlassen war er am ende gestern in unrecht gewesen mit diesem überfall und bereiteten sie gegen ihn eine strafe vor oder eine neue demütigung etwas musste geschehen das fühlte er etwas furchtbares musste sehr bald geschehen zwischen ihnen war die schwüle eines aufziehenden gewitters die elektrische spannung zweier geladener pole die sich im blitz erlösen mussten und diese last des vorgefühls schleppte er durch vier einsame stunden mit sich herum von zimmer zu zimmer bis sein schmaler kindernacken niederbrach von unsichtbarem gewicht und der mittags nun schon ganz demütig an den tisch trat guten tag sagte er wieder er musste dieses schweigen zerreißen dieses furchtbar drohende das über ihm als schwarze wolke hing wieder antwortete die mutter nicht wieder sah sie an ihm vorbei und mit neuem erschrecken fühlte sich edgar jetzt einem besonnenen geballten zorn gegenüber wie er ihn bisher in seinem leben noch nicht gekannt hatte bisher waren ihre streitigkeiten immer nur wutausbrüche mehr der nerven als des gefühls gewesen rasch verflüchtigt in ein lächeln der begütigung diesmal aber hatte er das wurde ihm deutlich bewusst ein wildes gefühl aus dem untersten grund ihres wesens aufgewühlt und er erschrak vor dieser unvorsichtig beschworenen gewalt kaum vermochte er zu essen in seiner kehle quoll etwas trockenes auf das ihn zu erwürgen drohte seine mutter schien von all dem nichts zu merken nur jetzt beim aufstehen wandte sie sich wie gelegentlich zurück und sagte komm dann hinauf edgar ich habe mit dir zu reden es klang nicht drohend aber doch so eisig kalt dass edgar die worte schauernd fühlte als hätte man ihm eine eiserne kette plötzlich um den hals gelegt sein trotz war zertreten schweigend wie ein geprügelter hund folgte er ihr hinauf in das zimmer sie verlängerte ihm die qual indem sie einige minuten schwieg minuten in denen er die uhr schlagen hörte und draußen ein kind lachen und in sich selbst das herz an die brust hämmern aber auch in ihr musste eine große unsicherheit sein denn sie seien nicht an während sie jetzt zu ihm sprach sondern wandte ihm den rücken ich will nicht mehr über dein betragen von gestern reden es war unerhört und ich schäme mich jetzt wenn ich daran denke du hast dir die folgen selber zuzuschreiben ich will dir jetzt nur sagen es war das letzte mal dass du allein unter erwachsenen sein durftest ich habe eben an deinen papa geschrieben dass du einen hofmeister bekommst oder in ein pensionat geschickt wirst um manieren zu lernen ich werde mich nicht mehr mit dir ärgern edgar stand mit gesenktem kopf da er spürte dass dies nur eine einleitung eine drohung war und wartete beunruhigt auf das eigentliche du wirst dich jetzt sofort beim baron entschuldigen edgar zuckte auf aber sie ließ sich nicht unterbrechen der baron ist heute abgereist und du wirst ihm einen brief schreiben den ich dir diktieren werde edgar rührte sich wieder aber seine mutter war fest keine widerrede da ist papier und tinte setz dich hin edgar sah auf ihre augen waren gehärtet von einem unbrüchsamen entschluss so hatte er seine mutter nie gekannt so hart und gelassen furcht überkam ihn er setzte sich hin nahm die feder duckte aber das gesicht tief auf den tisch oben das datum hast du vor der überschrift eine zeile leer lassen so sehr geehrter herr baron rufzeichen wieder eine zeile freilassen ich erfahre soeben zu meinem bedauern hast du zu meinem bedauern dass sie den semmering schon verlassen haben semmering mit zwei m und so muss ich brieflich tun was ich persönlich beabsichtigt hatte nämlich etwas rascher es muss nicht kaligrafiert sein sie um entschuldigung bitten für mein gestriges betragen wie ihnen meine mama gesagt haben wird bin ich noch rekonvaleszent von einer schweren erkrankung und sehr reizbar ich sehe dann oft dinge die übertrieben sind und die ich im nächsten augenblick bereue der gekrümmte rücken über dem tisch schnellte auf edgar drehte sich um sein trotz war wieder wach das schreibe ich nicht das ist nicht wahr edgar sie drohte mit der stimme es ist nicht wahr ich habe nichts getan was ich zu bereuen habe ich habe nichts schlechtes getan wofür ich mich zu entschuldigen hätte ich bin dir nur zur hilfe gekommen wie du gerufen hast ihre lippen wurden blutlos die nasenflügel spannten sich ich habe um hilfe gerufen du bist toll edgar wurde zornig mit einem ruck sprang er auf ja du hast um hilfe gerufen da draußen im gang gestern nacht wie er dich angefasst hat lassen sie mich lassen sie mich lassen sie mich hast du gerufen so laut dass ich es bis ins zimmer hinein gehört habe du lügst ich war nie mit dem baron im gang hier er hat mich nur bis zur treppe begleitet in edgar stockte das herz bei dieser kühnen lüge die stimme verschlug sich ihm er starrte sie an mit gläsernen augenstern du warst nicht im gang und er er hatte ich nicht gehalten nicht mit gewalt herumgefasst sie lachte ein kaltes trockenes lachen du hast geträumt das war zu viel für das kind er wusste jetzt ja schon dass die erwachsenen logen dass sie kleine kecke ausreden hatten lügen die durch enge maschen schlüpften und listige zweideutigkeiten aber dies freche kalte ableugnen stirn gegen stirn machte ihn rasend und da diese striemen habe ich auch geträumt wer weiß mit wem du dich herumgeschlagen hast aber ich brauche ja mit dir keine diskussion zu führen du hast zu parieren und damit schluss setze dich hin und schreib sie war sehr plass und suchte mit letzter kraft ihre anspannung aufrecht zu halten aber in edgar brach irgendwie etwas jetzt zusammen irgendeine letzte flamme von gläubigkeit dass man die wahrheit so einfach mit dem fuß ausstampfen konnte wie ein brennendes zündholz das ging ihm nicht ein eisig zog sich in ihm zusammen alles wurde spitz boshaft ungefasst was er sagte so das habe ich geträumt dass im gang und den striemen da und dass ihr beide gestern dort im mondschein promeniert zeit und dass er dich den weg knapp führen wollte das vielleicht auch glaubst du ich lasse mich einsperren im zimmer wie ein kleines kind nein ich bin nicht so dumm wie er glaubt ich weiß was ich weiß frech starrte er in das gesicht und das brach ihre kraft das gesicht ihres eigenen kindes zu sehen knapp vor sich und verzerrt von hass ungestüm brach ihr zorn heraus vorwärts du wirst sofort schreiben oder oder was herausfordernd frech war jetzt seine stimme geworden oder ich prügel dich wie ein kleines kind edgar trat einen schritt näher höhnisch und lachte nur davor ihm schon ihre hand ins gesicht edgar schrie auf und wie ein ertrinkender der mit den händen um sich schlägt nur ein dumpfes brausen in den ohren rotes flirren vor den augen so hieb er blind mit den fäusten zurück er spürte dass er ein etwas weiches schlug jetzt gegen das gesicht hörte einen schrei dieser schrei brachte ihn zu sich plötzlich sah er sich selbst und das ungeheure wurde ihm bewusst dass er seine mutter schlug eine angst überfiel ihn scham und entsetzen das ungestüme bedürfnis jetzt weg zu sein in den boden zu sinken fort zu sein fort nur nicht mehr unter diesen blicken er stürzte zur türe und die treppe rasch hinab durch das haus auf die straße fort nur fort als hätte hinter ihm eine rasende meute 13 des kapitel erste einsicht weiter drunten am weg blieb endlich stehen er musste sich an einem baum festhalten so sehr zitterten seine glieder in angst und erregung so röchelnd brach ihm der atem aus der überhetzten brust hinter ihm war das grauen vor der eigenen tat gerannt nun fasste seine kehle und schüttelte ihn wie im fieber hin und her was sollte er jetzt tun wohin fliehen denn hier schon mitten im nahen wald eine viertel stunde nur vom haus wo er wohnte befiel ihn das gefühl der verlassenheit alles schien anders feindlicher gehässiger seit er allein und ohne hilfe war die bäume die gestern ihn noch brüderlich umrauscht hatten ballten sich mit einem male finster wie eine drohung um wie viel aber musste all dies was noch vor ihm war fremder und unbekannter sein dieses allein sein gegen die große unbekannte welt machte das kind schwindelig nein er konnte es noch nicht ertragen noch nicht allein ertragen aber zu wem sollte er fliehen vor seinem vater hatte er angst der war leicht erregbar unzugänglich und würde ihn sofort zurückschicken zurück aber wollte er nicht er noch in die gefährliche fremdheit des unbekannten hinein ihm war als könnte er nie mehr das gesicht seiner mutter sehen ohne zu denken dass er mit der faust hinein geschlagen hatte dafür dem seine großmutter ein diese alte gute freundliche frau den von kindheit an verzärtelt hatte immer sein schutz gewesen war wenn ihm zu hause eine züchtigung ein unrecht drohte bei ihr in baden wollte er sich verstecken bis der erste zorn vorüber war wollte dort einen brief an die eltern schreiben und sich entschuldigen in dieser viertel stunde war er schon so gedemütigt bloß durch den gedanken allein mit seinen unerfahrenen händen in der welt zu stehen dass er seinen stolz verwünschte diesen dummen stolz den ihm ein fremder mensch mit einer lüge ins blut gejagt hatte er wollte ja nichts sein als das kind von vor dem gehorsam geduldig ohne die anmaßung deren lächerliche übertriebenheit er jetzt fühlte aber wie hinkommen nach baden wie stunden weit das land überfliegen hastig griff er in sein kleines ledernes portemonnaie das er immer bei sich trug gott sei dank da blinkte es noch das neue goldene 20 kronen stück das ihm zum geburtstag geschenkt worden war nie hat er sich entschließen können es auszugeben aber fast täglich hat er nachgesehen ob es noch da sei sich an seinem anblick geweidet daran reich gefühlt und dann immer die münze in dankbarer zärtlichkeit mit seinem taschentuch blank geputzt bis sie funkelte wie eine kleine sonne aber der jähe gedanke erschreckte ihn würde das genügen er war so oft schon in seinem leben mit der bahn gefahren ohne daran auch nur zu denken dass man dafür bezahlen musste und schon gar wie viel das kosten könnte ob eine krone oder hundert zum ersten male spürte er dass es da tatsachen des lebens gab an die er nie gedacht hatte dass all die vielen dinge die ihn umringten die er zwischen den fingern gehabt und mit denen er gespielt hatte irgendwie mit einem eigenen wert gefüllt waren einem besonderen gewicht er der sich noch vor einer stunde allwissend dünkte war das spürte er jetzt an tausend geheimnissen und fragen achtlos vorbeigegangen und schämte sich dass seine arme weisheit schon über die erste stufe ins leben hinein stolperte immer verzagte wurde er immer kleiner waren seine unsicheren schritte bis hinab zur station wie oft hat er geträumt von dieser flucht gedacht ins leben hinaus zu stürmen kaiser zu werden oder könig soldat oder dichter und nun sah er zaghaft auf das kleine helle haus hinaus und dachte nur einzig daran ob die 20 kronen ausreichen würden ihn bis zu seiner großmutter zu bringen die schienen glänzten weit ins land hinaus der bahnhof war leer und verlassen schüchtern schließlich edgar an die kasse hin und flüsterte damit niemand andere ihn hören könnte wie viel eine karte nach baden koste ein verwundertes gesicht sah hinter dem dunklen verschlag heraus zwei augen lächelten hinter den brillen auf das zaghafte kind eine ganze karte ja stammelte edgar aber ganz ohne stolz mehr in angst es möchte zu viel kosten sechs kronen bitte erleichtert schob er das blanke viel geliebte stück hin geld klirrte zurück und edgar fühlte sich mit einem male wieder unsäglich reich nun da er das braune stück pappe in der hand hatte das ihm die freiheit verbirgte und in seiner tasche die gedämpfte musik von silber klang der zug sollte in 20 minuten eintreffen belehrte ihn der fahrplan edgar drückte sich in eine ecke ein paar leute standen auf dem perron unbeschäftigt und ohne gedanken aber den beunruhigten war als sehen alle nur ihn an als wunderten sich alle dass so ein kind schon allein fahre als wäre ihm die flucht und das verbrechen an die stirne geheftet er atmete auf als endlich von ferne der zug zum ersten male heute und dann heran brauste der zug der ihn in die welt tragen sollte beim einsteigen erst bemerkte er dass seine karte für die dritte klasse galt bisher war er nur immer erster klasse gefahren und wiederum fühlte er dass hier etwas verändert sei dass es verschiedenheiten gab die entgangen waren andere leute hatte er zu nachbarn wie bisher ein paar italienische arbeiter mit harten händen und rauen stimmen spaten und schaufel in den händen saßen gerade gegenüber und blickten mit dumpfen trostlosen augen vor sich hin sie mussten offenbar schwer am weg gearbeitet haben denn einige von ihnen waren müde und schliefen im ratternden zug an das harte und schmutzige holz gelehnt mit offenem munde sie haben gearbeitet um geld zu verdienen dachte edgar konnte sich aber nicht denken wie viel es gewesen sein mochte er fühlte aber wiederum dass geld eine sache war die man nicht immer hatte sondern die irgendwie erworben werden musste zum ersten mal kam ihm jetzt zum bewusstsein dass er eine atmosphäre von wohlbehagen selbstverständlich gewohnt war und das rechts und links von seinem leben abgründet tief ins dunkel hinein klafften an die sein blick nie gerührt hatte mit einem male bemerkte er dass es berufe gab und bestimmungen dass rings um sein leben geheimnisse geschart waren nah zum greifen und doch nie beachtet edgar lernte viel von dieser einen stunde seit er allein stand er begann vieles zu sehen aus diesem engen abteil mit den fenstern ins freie und leise begann in seiner dunklen angst etwas aufzublühen das noch nicht glück war aber doch schon ein staunen vor der mannigfaltigkeit des lebens er war geflüchtet aus angst und feigheit das empfand er in jeder sekunde aber doch zum ersten male hatte er selbstständig gehandelt etwas erlebt von dem wirklichen an dem er bisher vorbeigegangen war zum ersten male war er vielleicht der mutter und dem vater selbst geheimnis geworden wie ihm bislang die welt mit anderen blicken sei aus dem fenster und es war ihm als ob er zum ersten male alles wirkliche sehe als ob ein schleier von den dingen gefallen sei und sie ihm nun alles zeigten das innere ihrer absicht den geheimen nerv ihrer tätigkeit häuser flogen vorbei wie vom wind weggerissen und er musste an die menschen denken die drinnen wohnten sie reich sein oder arm glücklich oder unglücklich ob sie auch die sehnsucht hatten wie er alles zu wissen und ob vielleicht kinder dort sein die auch nur mit den dingen bisher gespielt hatten wie er selbst die bahnwächter die mit wehenden fahnen am wege standen schien ihm zum ersten male nicht wie bisher lose puppen und totes spielzeug dinge hingestellt von gleichgültigem zufall sondern er verstand dass das ihr schicksal war ihr kampf gegen das leben immer rascher rollten die räder nun ließen die runden serpentinen den zug zum tale niedersteigen immer sanfter wurden die berge immer ferner schon war die ebene erreicht einmal noch sei er zurück da waren sie schon blau und schattenhaft weit und unerreichbar und ihm war als lege dort wo sie langsam in dem nebligen himmel sich lösten seine eigene kindheit vierzehntes kapitel verwirrende finsternis aber dann in baden als der zug hielt und edgar sich allein auf dem perron befand wo schon die lichter entflammt waren die signale grün und rot in die ferne glänzten verband sich unversehens mit diesem bunten anblick eine plötzliche bangnis vor der nahen nacht bei tag hat er sich noch sicher gefühlt denn ringsum waren ja menschen man konnte sich ausruhen auf eine bank setzen oder vor den läden in die fenster starren wie aber würde er dies ertragen können wenn die menschen sich wieder in die häuser verloren jeder ein bett hatte ein gespräch und dann eine beruhigte nacht während er im gefühl seiner schuld allein herumirren musste in einer fremden einsamkeit ohne bald ein dach über sich haben nicht eine minute mehr unter freiem himmel stehen das war sein einziges klares gefühl hastig ging er den wohlbekannten weg ohne nach rechts und links zu blicken bis er endlich vor die villa kam die seine großmutter bewohnte sie lag schön an einer breiten straße aber nicht frei den blicken dargeboten sondern hinter ranken und efeu eines wohlbehüteten gartens ein glanz hinter einer wolke von grün ein weißes altväterisch freundliches haus edgar spähte durch das gitter wie ein fremder innen regte sich nichts die fenster waren verschlossen offenbar waren alle mit gästen rückwärts im garten schon berührte er die kühle klinke als ein seltsames geschah mit einem male schien ihm das was er sich jetzt seit zwei stunden so leicht so selbstverständlich gedacht hatte unmöglich wie sollte er eintreten wie sie begrüßen wie diese fragen ertragen und wie beantworten wie diesen ersten blick aushalten wenn er berichten musste dass er heimlich seiner mutter entflohen sei und wie gar das ungeheuerliche seiner tat erklären die er selbst schon nicht mehr begriff innen ging jetzt eine tür mit einem male befiel ihn eine törichte angst es möchte jemand kommen und er lief weiter ohne zu wissen wohin vor dem kurpark hielt er an weil er dort dunkel sah und keine menschen vermutete dort konnte er sich vielleicht niedersetzen und endlich endlich ruhig denken ausruhen und über sein schicksal klar werden schüchtern trat er ein vorne brannten ein paar laternen und gaben den noch jungen blättern einen gespenstigen wasserglanz von durchsichtigem grün weiter rückwärts aber wo er den hügel niedersteigen musste lag alles wie eine einzige dumpfe schwarze gehrende masse in der wirren finsternis einer verfrühten frühlingsnacht edgar schlich scheu an den paar menschen vorbei die hier unter dem lichtkreis der laternen blaudern oder lesend saßen er wollte allein sein aber auch droben in der schattenden finsternis der unbeleuchteten gänge war keine ruhe alles war da erfüllt von einem leisen lichtscheuen rieseln und reden das vielfach gemischt war mit dem atem des windes zwischen den biegsamen blättern dem schlürfen ferner schritte dem flüstern verhaltener stimmen mit irgendeinem wollüstigen seufzenden angstvoll stöhnenden getön das von menschen und tieren und der unruhig schlafenden natur gleichzeitig ausgehen mochte es war eine gefährliche unruhe eine geduckte versteckte und beängstigende rätselhafte die er atmete irgendein unterirdisches wühlen im wald das vielleicht nur mit dem frühling zusammenhing das rastlose kind aber seltsam verängstigte er presste sich ganz klein auf eine bank hin in dieses abgründige dunkel und versuchte nun zu überlegen was er zu hause erzählen sollte aber die gedanken glitten ihm glitschig weg er sie fassen konnte gegen seinen eigenen willen musste er immer nur lauschen und lauschen auf das gedämpfte tönen die mystischen stimmen des dunkels wie furchtbar diese finsternis war wie verwirrend und doch wie geheimnisvoll schön waren es tiere oder menschen oder nur die gespenstige hand des windes die all dieses rauschen und knistern dieses surren und locken ineinander webte er lauschte es war der wind der unruhig durch die bäume schlich aber jetzt sei es deutlich auch menschen verschlungene paare die von unten von der hellen stadt herauf kamen und die finsternis mit ihrer rätselhaften gegenwart belebten was wollten sie er konnte es nicht begreifen sie sprachen nicht miteinander denn er hörte keine stimmen nur die schritte knirschten unruhig im kies und hier und da sah er in der lichtung ihre gestalten flüchtig wie schatten vorüber schweben immer aber so in eins verschlungen wie er damals seine mutter mit dem baron gesehen hatte dieses geheimnis das große funkelnde und verhängnisvolle es war also auch hier immer näher hörte er jetzt schritte herankommen und nun auch ein gedämpftes lachen angst befiehlen die nahenden möchten ihn hier finden und noch tiefer ins dunkel drückte er sich hinein aber die beiden die jetzt durch die undurchdringliche finsternis den weg herauftasteten sahen ihn nicht verschlungen ging sie vorbei schon atmete edgar auf da stockte plötzlich ihr schritt knapp vor seiner bank sie pressten die gesichter aneinander edgar konnte nichts deutlich sehen er hörte nur wie ein stöhnen aus dem munde der frau brach der mann heiße wahnsinnige worte stammelte und irgendein schwüles vorgefühl durchdrang seine angst mit einem wollüstigen schauer eine minute blieben sie so dann knirschte wieder der kies unter ihren weiter wandernden schritten die dann bald in der finsternis verklangen edgar schauerte zusammen das blut stürzte ihm jetzt wieder in die adern zurück heißer und wärmer als zuvor und mit einem male fühlte er sich unerträglich einsam in dieser verwirrenden finsternis urmächtig kam das bedürfnis über ihn nach irgendeiner befreundeten stimme einer umarmung nach einem hellen zimmer nach menschen die er liebte ihm war als wäre die ganze ratlose dunkelheit dieser wirren nacht nun in ihn gesunken und zerspreng ihm die brust er sprang auf nur heim heim irgendwo zu hause sein im warmen im hellen zimmer in irgendeinem zusammenhang mit menschen was konnte ihm denn geschehen sollte man ihn schlagen und beschimpfen er fürchtete nichts mehr seit er dieses dunkel gespürt hatte und die angst vor der einsamkeit es trieb ihn vorwärts ohne dass er sich spürte und plötzlich stand er neuerdings vor der villa die hand wieder an der kühlen klinke er sah wie jetzt die fenster erleuchtet durch das grün klimmerten seien gedanken hinter jeder hellen scheibe den vertrauten raum mit seinen menschen darin schon dieses nah sein gab ihm glück schon dieses erste beruhigende gefühl dass er nah sei zum menschen von denen er sich geliebt wusste und wenn er noch zögerte so war es nur um dieses vorgefühl inniger zu genießen das schrie hinter ihm eine stimme mit gellem erschrecken edgar da ist er ja das dienstmädchen seiner großmama hat ihn gesehen stürzte auf ihn los fasste ihn bei der hand die türe wurde ihnen aufgerissen bellend sprang ein hund an ihm empor aus dem hause kamen mit lichtern er hörte stimmen mit jubel und schreck rufen einen freudigen tumult von schreien und schritten die sich näherten gestalten die er jetzt erkannte vorerst seine großmutter mit ausgestrecktem arm und hinter ihr er glaubte zu träumen seine mutter mit verweinten augen zitternd und verschüchtert stand er selbst inmitten dieses heißen ausbruchs überschwänglicher gefühle unschlüssig was er tun was er sagen sollte und selber unklar was er fühlte angst oder glück fünfzehntes kapitel der letzte traum das war so geschehen man hatte ihn hier längst schon gesucht und erwartet seine mutter trotz ihres zornes erschreckt durch das rasende wegstürzen des erregten kindes hat ihn auf dem semmering suchen lassen schon war alles in furchtbarster aufregung und voll gefährlicher vermutungen als ein herr die nachricht brachte er habe das kind gegen drei uhr am bahn schalter gesehen dort stellte man rasch fest dass edgar eine karte nach baden genommen hatte und sie fuhr ohne zu zögern ihm sofort nach telegramme nach baden und wien an seinen vater liefen ihr voran aufregung verbreitend und seit zwei stunden war alles in bewegung nach dem flüchtigen jetzt hielten sie ihn fest aber ohne gewalt in einem unterdrückten triumph wurde er hineingeführt ins zimmer aber wie seltsam war ihm dies dass er alle die harten vorwürfe die sie ihm sagten nicht spürte weil er in ihren augen doch die freude und die liebe sah und sogar dieser schein dieser geheuchelte ärger dauerte nur einen augenblick dann umarmte ihn wieder die großmutter mit tränen niemand sprach mehr von seiner schuld und er fühlte sich von einer wundervollen fürsorge umringt da zog ihm das mädchen den rock aus und brachte ihm einen wärmeren da fragte ihn die großmutter ob er nicht hunger habe oder irgendetwas wollte sie fragten und quälten ihn mit zärtlicher besorgnis und wie sie seine befangenheit sahen fragten sie nicht mehr vor lustig empfand er das so missachtete und doch entbehrte gefühl wieder ganz kind zu sein und scham befiehl ihn über die anmaßung der letzten tage all dies entbehren zu wollen es einzutauschen für die trügerische lust einer eigenen einsamkeit nebenan klingelte das telefon er hörte die stimme seiner mutter hörte einzelne worte edgar zurück herkommen letzter zug und wunderte sich dass sie ihn nicht wild angefahren hatte nur umfasst mit so merkwürdig verhaltenem blick immer wilder wurde die reue in ihm und am liebsten hätte er sich hier all der sorgfalt seiner großmutter und seiner tante entwunden und wäre hineingegangen sie um verzeihung zu bitten ihr ganz in demut ganz allein zu sagen er wolle wieder kind sein und gehorchen aber als er jetzt leise aufstand sagte die großmutter leise erschreckt wohin willst du da stand er beschämt sie hatten schon angst für ihn wenn er sich regte er hatte sie alle verschreckt nun fürchteten sie er wolle wieder entfliehen wie würden sie begreifen können dass niemand mehr diese flucht bereute als er selbst der tisch war gedeckt und man brachte ihm ein eiliges abendessen die großmutter saß bei ihm und wandte keinen blick sie und die tante und das mädchen schlossen ihn in einen stillen kreis und er fühlte sich von dieser wärme wundersam beruhigt nur dass seine mutter nicht ins zimmer trat machte ihn wirr wenn sie hätte ahnen können wie demütig er war sie wäre bestimmt gekommen da ratterte draußen ein wagen und hielt vor dem haus die anderen schreckten so sehr auf dass auch edgar unruhig wurde die großmutter ging hinaus stimmen flogen laut hin und her durch das dunkel und auf einmal wusste er dass sein vater gekommen war scheu merkte edgar dass er jetzt wieder allein im zimmer stand und selbst dieses kleine allein sein verwirrte ihn sein vater war streng war der einzige den er wirklich fürchtete edgar horchte hinaus sein vater schien erregt zu sein er sprach laut und geärgert dazwischen klangen begütigend die stimmen seiner großmutter und der mutter offenbar wollten sie ihn milder stimmen aber die stimme blieb hart hart wie die schritte die jetzt herein kamen näher und näher nun schon im nebenzimmer waren knapp vor der türe die jetzt aufgerissen wurde sein vater war sehr groß und unsäglich klein fühlte sich jetzt edgar vor ihm wie er eintrat nervös und anscheinend wirklich im zorn was ist dir eingefallen du kerl davon zu laufen wie kannst du deine mutter so erschrecken seine stimme war zornig und in den händen eine wilde bewegung hinter ihm war mit leisem schritt jetzt die mutter hereingetreten ihr gesicht war verschattet edgar antwortete nicht er hatte das gefühl sich rechtfertigen zu müssen aber doch wie sollte er das erzählen dass man ihn betrogen hatte und geschlagen würde er es verstehen nun kannst du nicht reden was war los du kannst es ruhig sagen war dir etwas nicht recht man muss doch einen grund haben wenn man davon läuft hatte jemand etwas zu leide getan edgar zögerte die erinnerung machte ihn wieder zornig schon wollte er anklagen da sah er und sein herz stand still dabei wie seine mutter hinter dem rücken des vaters eine sonderbare bewegung machte eine bewegung die er erst nicht verstand aber jetzt sah sie ihn an in ihren augen war eine flehende bitte und leise ganz leise hob sie den finger zum mund im zeichen des schweigens da brach das kind fühlte es plötzlich etwas warmes eine ungeheure wilde beklückung durch seinen ganzen körper er verstand dass sie ihm das geheimnis zu hüten gab dass auf seinen kleinen kinder lippen ein schicksal lag und wilder jauchzender stolz erfüllte ihn dass sie ihm vertraute je überkam ihn ein opfermut ein wille seine eigene schuld noch zu vergrößern um zu zeigen wie sehr er schon mann war er raffte sich zusammen nein nein es war gar kein anlass mama war sehr gut zu mir aber ich war ungezogen ich habe mich schlecht benommen und da da bin ich davon gelaufen weil ich mich gefürchtet habe sein vater sein verdutzt an er hatte alles erwartet nur nicht dieses geständnis sein zorn war entwaffnet wenn es dir leid tut dann ist schon gut dann will ich heute nichts mehr darüber reden ich glaube du wirst es dir ein anderes mal doch überlegen dass so etwas nicht mehr vorkommt er blieb stehen und sein an seine stimme wurde jetzt milder wie blass du aussiehst aber mir scheint du bist schon wieder größer geworden ich hoffe du wirst solche kindereien nicht mehr tun du bist ja wirklich kein bub mehr und könntest schon vernünftig sein edgar blickte die ganze zeit über nur auf seine mutter ihm war als funkelte etwas in ihren augen oder war dies nur der widerschein der flamme nein es glänzte dort feucht und hell und ein lächeln war um ihren mund dass ihm dank sagte man schickt ihn jetzt zu bett aber er war nicht traurig darüber dass ihn allein diesen er hatte ja so viel zu überdenken so viel buntes und reiches all der schmerz der letzten tage verging in dem gewaltigen gefühl des ersten erlebnisses er fühlte sich glücklich in einem geheimnisvollen vorgefühl künftiger geschehnisse draußen rauschten im dunkel die bäume in der verfinsterten nacht aber er kannte kein bang mehr er hatte alle ungeduld vor dem leben verloren seit er wusste wie reich es war ihm war als hätte er es zum ersten mal heute nackt gesehen nicht mehr verhüllt von tausend lügen der kindheit sondern in seiner ganzen wollüstigen gefährlichen schönheit er hatte nie gedacht dass tage so vollgepresst sein konnten vom vielfältigen übergang des schmerzes und der lust und der gedanke beglückte ihn dass noch viele solche tage ihm bevorständen ein ganzes leben warte ihm sein geheimnis zu entschleiern eine erste ahnung der vielfältigkeit des lebens hatte ihn überkommen zum ersten male glaubte er das wesen der menschen verstanden zu haben dass sie einander brauchten selbst wenn sie sich feindlich schienen und dass es sehr süß sei von ihnen geliebt zu werden er war unfähig an irgendetwas oder irgendjemanden mit hass zu denken er bereute nichts und selbst für den baron den verführer seinen bittersten feind fand er ein neues gefühl der dankbarkeit weil er ihm die tür aufgetan hatte zu dieser welt der ersten gefühle das alles war sehr süß und schmeichlerisch nun im dunkel zu denken leise schon verworren mit bildern aus träumen und beinahe war es schon schlaf da war ihm als ob plötzlich die türe ginge und leise etwas käme er glaubte sich nicht recht war auch schon zu schlaf befangen um die augen aufzutun da spürte er atmend über sich ein gesicht weich warm und milde das seine streifen und wusste dass seine mutter es war den jetzt küsste und ihm mit der hand übers haar fuhr er fühlte die küsse und fühlte die tränen sanft die liebkosung erwidern und nahm es nur als versöhnung als dankbarkeit für sein schweigen erst später viele jahre später erkannte er in diesen stummen tränen ein gelöbnis der alternden frau dass sie von nun ab nur ihm nur ihrem kinde gehören wollte eine absage an das abenteuer ein abschied von allen eigenen begehrlichkeiten er wusste nicht dass auch sie ihm dankbar war aus einem unfruchtbaren abenteuer gerettet zu sein und ihm nun mit dieser umarmung die bittersüße last der liebe für sein zukünftiges leben wie ein erbe überließ all dies verstand das kind von damals nicht aber es fühlte dass es sehr beseligend sei so geliebt zu sein und dass es durch diese liebe schon verstrickt war mit dem großen geheimnis der welt als sie dann die hand von ihm ließ die lippen sich den seinen entwandten und die leise gestalt entrauschte blieb noch ein warmes zurück ein hauch über seinen lippen und schmeichlerisch flog in sehnsucht an oft noch solche weiche lippen zu spüren und so zärtlich umschlungen zu werden aber dieses ahnungsvolle vorgefühl des so ersehnten geheimnisses war schon umwölkt vom schatten des schlafes noch einmal zogen all die bilder der letzten stunden farbig vorbei noch einmal blätterte sich das buch seiner jugend verlockend auf dann schlief das kind ein und es begann der tiefere traum seines lebens das ist das ende der novelle brennendes geheimnis von stefan zweig mir hat der erzählstil von stefan zweig wieder ausgesprochen gut gefallen und die handlung fand ich sehr interessant wie hat sie dir gefallen schreib mir doch einen netten kommentar hinterlass mir ein like und ganz besonders freue ich mich natürlich wenn du meinen kanal abonnierst vielen dank fürs zuhören und hoffentlich bis bald bis bald